Hallo liebe Mutsis, ganz eine kurze Durchsage bevor es losgeht mit der Folge. Mein aktueller Solo Zero ist immer noch auf Tour. Wir haben noch ganz viele Termine vor uns. Die meisten sind schon auf der Webseite kommuniziert. Und mein letzter Solo, Stand auf, ist gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für beide Sachen könnt ihr auch auf meine Webseite www.joelvonmutzendecher.ch Jetzt viel Spass mit der Folge. Laufen! Also, wollen wir über Finger und Hand oder über... Also, willst du mir erklären und dann erkläre ich dir? Nein, nein. Oder über Augening oder besser gesagt Tränensäcke. Ja. Was wolltest du mir vorhin erklären? Also, weisst du, du musst ja wie... Ich meine, Hand aufs Herz meine ich beide. Ja, sie Tränensäcke. Yes. Also, ob man das will oder nicht, das ist einfach wie da. Das ist ein Basler-Ding. Ja, ja, ja. Tränensäcke. Ja. Geht Hand in Hand mit dem Kiffen, glaube ich. Ich habe nicht so viel gekifft in meinem Leben. Nein, ich auch nicht. Auch nicht gestern. Auch nicht heute? Nein, 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 wirklich nicht. Glaube ich. Nein, ich habe nicht natürlich. Aber schon in meiner Zeit in Basel habe ich schon mega viel gekifft. Ja. Gut, ich weiss noch eine Zeit lang... Ah, was ist das? Was machst du? Was? Jetzt ist es gut. Was hast du jetzt gemacht? Den Stuhl hinterher gerückt. Ich muss da einen anderen Stuhl haben. Aha. Also Christoph braucht einen anderen Stuhl. Stuhl rücken. Ich weiss noch so anfangs 2000er, so Jahrtausendwende, wo ja irgendwie, hat es immer geheissen, in Basel gibt es mehr Hanfläden als Bäckereien und das Zeugs, oder? Ja. Da weiss ich noch, da bin ich halt immer irgendwie so ein FCB-Match und wir haben irgendwie auch jeden Match, den ich auswärts gesehen habe, haben wir irgendwann einmal geschaut, in den Steinen, Public Viewing, weißt du so, oder? Und ich kann mich erinnern, dass einfach so für gefühlte zwei Jahre ich einfach konstanten Marihuana-Geruch in der Nase gehabt habe. Ich hatte das Gefühl, egal wo du dich in Basel bewegst, sticht es einfach immer so ein Ich habe es wirklich klasse gefunden, in den Raucherabteilen, in den Zügen, ist ja einfach wie irgendwann einmal klar gewesen, wenn du im Raucherabteil bist, dann bist du nicht einfach das Vreni, 45, der halt raucht und gerne im Zug rauchen wollte, sondern es sind einfach nur noch die Kiffe von dort. Wirklich? Immer, ja, ja, voll. Ich habe damals, das ist vielleicht, weiss ich auch nicht, so 2005, 2006, also es ist schon, das sind Hanfläden, das ist schon Geschichte wieder gewesen. Sie sind schon wieder weg gewesen. Sie sind schon wieder weg gewesen. So schnell wie sie kam, sind sie auch wieder weg gewesen. Aber ich hatte eine Freundin damals, ausserhalb von Basel, also Baselland, da bin ich die halt immer besuchen mit dem Zug, also meine ersten Zugerfahrungen gewesen. Da bin ich immer in dem Raucherzug gewesen und ich habe in der Zeit gar noch nicht gekifft. Ich bin einfach so ständig, so passiv da, da bin ich dort angetraben, ja, von damals an das mag ich mich erinnern, aber ich habe dann erst später angefangen zu kiffen, so in der FMS, FMS ist so, ich weiss nicht, ob ich jemals einen Tag nüchtern an dieser Schule verbracht habe. Da sind wir wirklich so dort rein und dann haben wir darüber diskutiert, für 45 Minuten, ob es Gott gibt oder nicht. Und ich konnte sogar als Abschlussprüfung die Philosophie wählen und habe tatsächlich dort auch abgeschlossen. Ja, Philosophie ist wahrscheinlich auch gut wie man kifft, oder? Es ist einfach alles, also ich habe sehr vieles dort bekifft gemacht, ich habe dann irgendwann mal wie gemerkt, hey, so Inspiration und Ideen und Kreativitätsfluss und so, alles schön und gut, aber nachher etwas aus all dem Machen, aus all den Ideen Machen, wo du ja hast, wenn du irgendwie da bist, dann musst du einfach nüchtern sein, sonst kommst du ja nirgends an. Ja, ich habe eben, ich habe Kiffe nie, wahrscheinlich habe ich es nie verstanden, es hat mir nie das gegeben, was es anderen gegeben hat, sozusagen. Also natürlich habe ich den Fehler gemacht, sicher drei, vier Mal, bin ich schon besoffen gewesen und irgendjemand hat einen Joint und ich habe gefunden, das ist jetzt ganz eine gute Idee. Absolut die dümmste Woche, das kannst du machen, glaube ich, oder? Ja, und natürlich ist das zu einer Zeit, wo du einfach noch konstant im Ausgang bist. Ja. Das heißt, selbst wenn du nichts machst, hockst du ja trotzdem noch in einer Bar oder so und du hockst dann natürlich nicht in einem gemütlichen Sessel, sondern auf so einem Plastikhockerli, wo irgendwie einfach mit zwölf an einem Tischplatz haben, so und wenn du dann schon getrunken hast und dann noch bekifft bist, dann denkst du wirklich oft so, was hältst du mich jetzt denn? Es ist der Vibe. Hätt ich mich selber, weißt du so und dann fährst du so an, wie in einer Zwangsjacke, hockst du so, ah! Ähm, da? Was? Und was mich immer gestresst hat, ist, dass ich, ich tue oft, wie will ich das sagen, ich kann knapp so schnell reden, wie ich denke. Mhm. Und wenn ich gekifft habe... Okay, jetzt, jetzt, ich habe es gerade nicht gecheckt, ja. Ja, 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 ja. Das ist dann zu weit. Das heisst, ich kann dann wie nicht mehr folgen, weisst du, wo ich irgendwie noch vor zwei Sets gewesen bin und dann fühle ich mich völlig verloren. Mhm. Ich habe halt einfach weniger hemmige Sachen zu sagen, wenn ich nicht bekifft gewesen bin. Mhm. Weisst du, wie ich meine? Mhm. Also ich habe, ich glaube, was mir halt vor allem damals in der Zeit wirklich das Kiffen so gegeben hat, ist eigentlich, dass ich wie zuerst mal überlegt habe, was ich gesagt habe und es dann gesagt habe. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt hat das, ist das so ein mega Benefit gewesen für mich, weil ich bin so ultraimpulsiver Teenager gewesen mit, weisst du, so Gefühlsausbrüchen und so Tantrum und so. Mhm. Und von dem her hat mir das eigentlich wie so eine gewisse Ruhe hineinbracht. Ja. Was nachher dann später rausgekommen ist, ist einfach so Self-Medication gewesen für mein ADHS. Mhm. Und von dem her, das ist gut gewesen, aber wenn du natürlich, und was ich halt damals gemacht habe als Teenager, ist, ist halt einfach wie wenn du so ausreizst mit dem Kiffen, dass eigentlich wie nur noch ständig bekifft bist. Ich bin eigentlich ständig nur noch am Überlegen gesehen, was ich jetzt soll sagen und was nicht. Also ich habe dann wieder wie mein natürlicher Fluss, wo ja eigentlich schon recht von meiner Impulsivität geleitet war und einfach ein bisschen einen Dämpf verbraucht hat, ist halt wie so ganz weg gewesen. Und also das ist halt wie nicht mehr geil. Es ist wie nicht mehr geil und es ist gerade als Comedian, ist es, ähm, bremst es mich eher ab im Fall. Also ich finde so Chapeau an jeder Comedian und jede Comedienne, die irgendwie, wo ich irgendwie bei meinem Open Mic gesehen noch irgendwie, was auch nicht vor, dann noch schnell irgendwie, äh, 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 eine Joint reinhauen, weißt du so. Ja. Zum quasi wie so ein bisschen die Nerven beruhigen. Und sie reissen ja dann auch wirklich. Also sie bieten wirklich geil, äh, geiles Zeugs auf der Bühne. Ja. Und ich wäre einfach nur voll lost, glaube ich, wenn ich das würde machen. Ja, also eben der Punkt mit Self-Medication ist ja, wenn es dann nicht mehr in der Dosis ist, wo es als Medication zählt, also weil, äh, ein Kollege, ein Kollege aus Deutschland, der hat effektiv auch sein ADHS mit, äh, mit, äh, Marihuana, also durch die Therapie. Und dort ist dann ganz klar, es ist, äh, er holt das bei der Apotheke und das ist genauso viel und, äh, und er nimmt dann auch genauso viel, äh, um es für das zu therapieren und danach kann es natürlich schon sein, dass du dann irgendwann mal, keine Ahnung, alle zwei Wochen findest du, okay, jetzt, jetzt, jetzt gibt's noch eine richtig, jetzt gibt's noch eine kleine Jazz-Zigarette für den Spass, so, oder? Scheiss-Zigarette, ja, ich liebe das mal. Ja, Basen. Ja, Basen. Hast du auch immer Basen gesagt in Basel? Hey, aber ich habe nicht so viel mit dem zu tun gehabt. Ein Kollege von mir hat das immer gesagt, etwas zum Schmunzeln. Das ist geil. Du bist so, ja, ja, okay. Ja, gut, es schmunzelt. Nein, darum, irgendwie, es ist lustig, ich, ja, mir hat das irgendwie alles nie etwas gegeben. Ich bin mal bei Keith Joe Rogan geschaut. Und? Hey, da habe ich so gedacht, ah, so ist es, Comedy zu konsumieren, wenn man sich nicht mit Comedy auseinandersetzt. Weil ich habe nie gewusst, was kommt. Weisst du, ich bin wirklich oft so gesehen. Wow, was? So. Und hab dann auch sofort vergessen, was du gesehen hast, oder? Es ist gar nicht so geil gewesen. Nein, es ist vor allem so für die Aftermath ist es voll nicht geil. Ich habe Serien auf Netflix, die ich jetzt wiederentdecke, die ich dann aber laut meiner Liste schon mal geschaut habe, 2015, wo ich wie finde, so. Okay. Und weisst du, ich liest den Beschreib, ich schaue, ich gehe so durch die Episoden durch, weisst du, ich schaue so die Bilder an, um mich daran zu erinnern. Und dann, es fällt dann schon ein Grosche, aber es ist kein Grosche, es ist so fünf Räppel. Ja. Weisst du, so, ah, ja, könnte sein, aber vielleicht auch nicht. Ähm, und auch wenn ich jetzt nicht mehr regelmässig hilfe, ich bin fest davon überzeugt, dass ich so, so schon Tick Langzeitschäden von meinem, von meinem Teenie-Life mitnehme. Ist es diagnostiziert bei dir? Was? ADHS. Ah, ja, ja, voll. Ja. Ja, und ich rege mich auch ganz fest über Leute auf, die behaupten, ich habe einfach auch ADHS. Und nein, Kollegin, hast du nicht gang, die go testen, weisst du, es gibt Therapeuten für das, es gibt, es ist ja ein ganzes, es ist ja ein mega Prozedere mit, mit Fragenbogen für Leute, die mit dir leben. Dann sind das meine Eltern gewesen, die haben mir so Fragenbogen ausfüllen, ohne dass ich ihnen quasi wie, also ich kann wie nicht dabei sein dürfen, aber dann habe ich gleich müssen dabei sein, weil ich auch ihnen das Zeugs müssen übersetzen, also es ist wie so. So, Melenche, was ist das? Ja, das ist ja. Genau, ähm. Das könnte fit sein. Also ich habe, ich habe Diagnose, also ich hatte schon als Kind so eine Art Diagnose, ich hatte aber so einen mega, ähm, Hausarzt, der so leicht in die Homöopathie, so ein Zeichen Ding hatte, also weisst du, immer so, wenn du mal krank warst, hast du das erste Mal Globuli gegeben und dann der real shit. Ja, ja, ja. Also das erste Mal musste so drei Tage mit Angina leiden und irgendwelche Zuckerglobuli essen und dann wie merken, es funktioniert nicht. Ich habe mal so einen Arzt gehabt, der dann einfach, du weisst, wirklich, ich bin mit dem schlimmsten Durchfall von meinem Leben, gehe ich da ran und es heisst, jo, Tee trinken, Zwieback. Dann hast du einfach mal 150 Std., das ist einfach schon mal abgestampelt und wenn es nicht besser wird. Dann nochmal komm. Ja, und ich so, ich bin da, weil es nicht besser geworden ist, weisst du? Ich komme erst jetzt, ich würde nie im Leben freiwillig da ran kommen, wenn ich finde, oh, ich habe ein bisschen schlecht gegessen vorgestern, weisst du, wie ich meine? Sondern es ist richtig schlimm gesehen, so. Aber es hat eh mega viele Ärzte gegeben, vor allem in den 90ern, das Gefühl, wo halt wirklich, was ich immer muss sagen, wie, hey, fair enough, ist doch schön, dass man zuerst probiert, mit alternativen Sachen irgendetwas zu behandeln. Also weisst du, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Balkon ist es da das puren Gegenteil, dass du kannst dort wie Antibiotika holen, ohne Rezept. Also du läufst wortwörtlich hinein und findest wie so, hey, gerne ein Toxicyclein. Ich glaube, ich habe da etwas. Wirklich einfach eine Cousine. Das heisst du eigentlich, was du willst. Ja, ja, genau. Also ich habe das Gefühl, da könnte noch etwas, also eine Cousine von mir, ich weiss, da sind wir auch so, sie haben schon keine Teenager mehr, sie war so an der Uni und dann ist so, weisst du, so wild college life, gell? Und dann ist sie irgendwie im Nest gelandet mit irgendeinem Dude und dann ist sie am nächsten Tag wirklich so nach Hause gekommen, so wirklich classic walk of shame, weisst du, so mit ihren High Heels, so über die Schultern drüber und dann hat sie gefunden, so, ja, also ich muss ja jetzt in die Apotheke gehen, irgendein Antibiotika nehmen, weisst du, so im Stil von ja, wir haben nicht verjütet, ich weiss ja nicht, was der mir jetzt an, also weisst du, so. Ja, oh, schief. Ja, und dann ist sie wirklich in die Apotheke, hat sich Antibiotika geholt und hat vermutlich nicht vorhandene Geschlechtsgenanmung gehalten, einfach mal so schnell selber therapiert. Von dem her, muss ich schon sagen, finde ich schon besser, wenn man, wenn man, wie, das erste Mal probiert, weisst du, mit alternativen Sachen zu haben. Es gibt ja, aber es gibt ja etwas zwischen Zwieback und Antibiotika, weisst du, wie ich meine? Ja, voll, ja, ja, finde ich, finde ich auch, darum, Tafalgan for life, so ein Neocytran reinhauen. Neocytran ist zum Beispiel etwas, das gibt es wirklich, glaube ich, nur in der Schweiz so. Es gibt irgendwie so andere, so Pulvermischungen und was weiss ich, aber ich bin mal in Amstetten, da bin ich mal so verkältet, vielleicht sogar Grippe, also ich hätte nie noch etwas gekriegt, weil nur ansatzweise, wie Neocytran gesehst, also ich bin wirklich fast verzweifelt, ja. Warum? Das ist jetzt noch, ist das die Pharma-Lobby, die uns da in der Arme vor Neocytran... Ich weiss nicht, ich weiss nicht, welche Firma es ist, zeig mal. Wir machen jetzt einen Wabenspot für Neocytran. Übrigens, nein, ich mache jetzt den Wabenspot für, Achtung, das Generikum oder Generika, nämlich Neothylol. Das ist egal, das ist scheissegal, ich sage nur, dass ich es erwähnt habe. Hey, es gibt einfach irgendwie diese Mischung, die gibt es irgendwie nur bei uns. Das habe ich auch schon gemerkt mit dem Antialergikum. Da bin ich in Bayern und ich brauche mir Antialergikum, weil wir sind am Golf und da bist ja nur im Grünen, oder? Und ich habe kaum etwas gesehen und gehe in eine Apotheke und sage, hallo, ich brauche die, wie sagen wir, Telfastin oder immer so. Und das ist Rezeptpflichtig, das gehört nicht bei uns selber. Ich sage, oh fuck, sorry, jetzt ist es wirklich so. Was ich aber an dieser ganzen Geschichte eigentlich spannend finde, ist, du golfst? Nein, ich golf nicht. Ich bin ab und zu auf einem Golfplatz. Du hängst es dort, oder was? Hacke mit Golfschläger ins Gras, während andere golfen. Und irgendwann sind wir bei 18 Wochen. Und danach trinken wir etwas und essen etwas. Ich könnte wirklich nicht sagen, dass ich golf so. Aber wie kommt man dazu? Das musst du mir jetzt also erklären. Also, gehen wir noch schnell auf eine Golf-Attention. Ja, bitte. Es ist. Es ist. Eigentlich war es ein Corona-Projekt. Es ist ein Klassiker. Es ist schon frische Luft, es ist Sport. Es konnte niemanden verbieten, oder? Oder? Ja, das war ziemlich so. Nein, weil ein Kollege Tim, Tanner, der golfst schon lange. Ah, was? Und da hatte ich einen rechten Kreis von Leuten, die golfen, die ich schon alle kennengelernt habe. Und dann wusste ich halt auch schon, dass rundherum noch der Baschi golft, der Büssi golft, der Zuccolini golft. Es gab noch ein paar Leute im Spektrum. Ist das so die neue Welle an alten, weissen Männern, die golfen? Weisst du, sind ihr in den Startlöchern? Meinst du, wir sind es? Also für die 20 Jahre. Nein, das ist lustig. Also ich finde jeden einzelnen von euch ultra cool. Also wortwörtlich, jeden, den du jetzt erwähnt hast, bin ich so, was, der auch? Ja. Nein, der auch? Was? Weisst du, wer auch golft? Der Marco Rima. Ja, 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 okay. Also weisst du, das sehe ich jetzt aber noch am ehesten von euch allen. Ah, der Rob, der Rob golft auch. Ähm, also ja, es gibt wirklich viel. Der Rob Spence. Ja. Das sehe ich auch. Also weisst du, es ist wie so, ja, ich weiss nicht, ob ich jetzt einfach Urteile anhand von so etwas Oberflächen wie ein Alter. Nein, aber ich habe immer schon Freude gehabt. Wir sind, weisst du, es war auch früher irgendwie zwei, drei Mal auf Driving Range. Und das ist ja wirklich einfach nur die Bälle hinter den Bolzen. So, oder? Und es hat mir immer schon Spass gemacht, weil ich habe Minigolf immer schon geliebt. Und es ist so ein dummer Gedanke, aber wenn du es einmal schaffst, dass der Ball auch noch hoch geht, dann willst du irgendwie nichts mehr anders. Also weisst du, dann ist Minigolf schon lustig. Aber du willst einfach so, dass du mal so den Ball wagst, dass er wirklich in die Luft fliegt. Mhm. Das ist so, oh, das ist schon geil. So. Und das ist halt schon recht ein geiles Gefühl, auf so einen Golfball drauf zu hauen. Ich finde so, so der Ton, den es macht. Wenn du richtig triffst. Ja. Wenn du richtig triffst und es macht so ping. Mhm. Und dann nachher siehst du ihn einfach so. So. Also, die haben irgendwie alle schon Golf, bla bla bla. Und es geht ja eigentlich darum, du musst eine Platzreife haben, dass du ja überhaupt darfst du gehen. Oder? Und dann hat der Tim gesagt, sie haben das irgendwie damals in Bayern gelernt. Und das ist auch nicht so teuer. So. Also eigentlich zahlst du ein bisschen Geld und sie schenken dir eine Platzreife. So. Okay. Wenn du jetzt einigermaßen... Darf ich dich fragen, was heisst ein bisschen Geld? Was hat es jetzt so eine Platzreife gekostet? Hey, mit Hotel und dort Essen sind wir ein paar hundert Euro gewesen. Ich weiss es nicht mehr genau. Easy. Aber du bist wirklich vier Tage dort. Ja. Drei Tage davon sind Kurs gesehen und dann irgendwie musst du... Ah ja, aber voll okay. Eben. Du musst eine praktische Briefung machen, du musst eine Theoriebriefung machen. Okay. Dass du halt eben auch ein bisschen Regeln, Etiketten, bla bla. So. Und dann bin ich dort halt mit und dann habe ich Platzreife gekriegt und das schlechte ist der Handicap, das es gibt. Das ist 56 oder 54. Und so. Und dann sind wir halt irgendwie... Wir gehen jetzt eigentlich immer auf Fahrt, gehen wir eigentlich jedes Jahr. Sven kommt jetzt wahrscheinlich mit, der will jetzt auch Platzreife machen. Das ist wahrscheinlich so der erste Balkaner ever auf einem Golfplatz. So. Tan 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 tan. Aber gut für ihn. Schön. Ja. Und darum, ich finde mehr die Geselligkeit als das Zeugs gut, weil ich bin an so einem dummen Punkt, entweder du musst es viel öfter machen, um besser zu werden oder ich muss es ganz lassen. Weisst du, ich bin so ein bisschen in diesem Bereich. Ja. Ich gehe jetzt nochmal, schaue mal und sonst ist es dann vielleicht wieder ein Projekt für später. Weil es ist wie mit allen Sachen. Du musst ja dann gleich... Du musst ja dann gleich... Du musst ja dranbleiben. Genau. Du musst es regelmässig machen und so. Und ich glaube Golf ist halt schon eine von diesen Sportarten. Wie für mich jetzt irgendwie Skifahren oder Snowboarden, das ist ja nicht nur die Aktivität selber, sondern das Ganze drumherum. Ja. Ich glaube, dass man es halt schon auch geil findet. Es ist schon ein bisschen Lifestyle. Ja, ja, voll. Also es ist ja auch wie... Ich bin einfach grundsätzlich ein mega Fan von Schnee zum Beispiel und Winter allgemein. Ja. Also allgemein, ich betätige in der Kälte aussen. Ja. Es gibt selten so ein grausiges Gefühl, wenn du von innen am Schwitzen bist und so Schweiss gebadet bist, aber draussen ist kalte Luft. Ich finde, es ist einfach wie... Ich bin mega viele Höckeli dort durch. Das ist einfach der einzige Grund, warum ich noch nicht Skifahren. Ja, die Bedingungen müssen schon sehr gut sein. Ja, mega. Für das Skifahren. Es muss die Sonne scheinen, es darf aber nicht zu heiß sein. Mhm. Weil eben sonst irgendwie... Sonst schwitze ich innerlich und dann muss der Schnee einigermassen stimmen. Es sollte nicht zu viele Leute auf der Piste haben. Du solltest auch einen tollen Sonnenplatz kriegen beim Restaurant. Und so weiter und so fort. Und du darfst nicht mit zu guten Skifahrern unterwegs sein. Also das ist ja auch das, was mich mega davon abhalten, um einfach Skifahren. Ich wüsste gar nicht mit wem. Die sind alle schon so... Das hat mich das letzte Mal so gebummst. Weil ich bin... Vor 15 Jahren oder so bin ich nicht mehr auf der Ski gestanden. Vielleicht auch 20 Jahre. Ich weiss es nicht mehr genau. Okay. Und mein Vater hat irgendwann gefunden, er geht auf die Samad für eine Woche. Und ob ich will mitkommen und so. Und er hat gefunden, aber wenn das Wetter gut ist, machen wir noch... Ja, dann gehen wir schon auf die Piste. Pff, dann probieren wir es mal, oder? Dann habe ich schon mal gemerkt, was eine Blockade in meinem Kopf war. Skischuhe und Skimieten und all das Zeugs. Ist viel easier geworden. Ah, okay. Ich wollte jetzt gleich sagen, dass man mit solchen Sachen... Eben, das ist meine Blockade immer gesehen. Aber das ist 20 Minuten gegangen. Das ist wirklich einfach gesehen, zack, schau mal. Die Schuhe sind viel bequemer geworden, als als ich es noch kenne. Dass die wirklich irgendwie drinnen noch gut gefüttert, bla bla. Das heisst, das ist irgendwie alles schon gut gesehen. Aber mein Vater, der fährt gut Ski. Und ich habe es 20 Jahre nicht mehr gemacht. Und ich habe alles falsch gemacht. Ich bin viel zu fest in den Beinen. Das ist dann wirklich so der Oberschenkel. Nach 10 Minuten haben sie schon angefangen zu brennen. Weisst du so? Ich habe viel zu fest gerissen. Und er ist immer davor gefahren. Hat gewartet. Bis ich komme. Und kaum bin ich da gewesen. Also ich fand, also, jetzt gehen wir dort hin. Und es ist wieder losgefahren. Und es ist noch schlimm, wenn sie warten. Wieso wartest du? Ja, irgendwann muss ja. Ja schon, aber das macht mir nur noch mehr Druck. Sonst habe ich auf einmal ein Bein weniger. Und du bekommst es nicht mit. Weisst du? Ja okay, gut. Es ist ja so ein bisschen. Du musst schon noch ein bisschen schauen. Ja eben. Aber du siehst ja den Struggle. Ich verstehe es absolut. Ich verstehe es absolut. Und ich habe vor allem, ich habe... Also die einzige paar Male, als ich in der Skiferie war, war immer ein Lager gewesen. Ja. Mit der Schule. Ja. Lager habe ich so gehasst. Hey, ich habe es eben noch geil gefunden. Ausser Ski-Lager. Ski-Lager ist für mich... So ein Sommerlager habe ich nicht mehr geil gefunden. Ja, Sommerlager ist okay. Unterwegs. Ja, ja. Es ist geiles Wetter draussen. Ja, ja. So die komischen Schatzsuchenden im Wald, so mitten in der Nacht, wo alle so draussen trummeln und all der Sche... Weisst du? So Pfade-mässig eigentlich. Das habe ich geil gefunden. Aber so Ski-Lager habe ich einfach mühsam gefunden, weil du bist den ganzen Tag auf dieser Piste gewesen und du hast immer irgendwelche komischen, geschmierten Brötchen gehabt, die Oktay und Radmila am Morgen in der Küche haben müssen schmieren, weil sie halt einfach den Küchendienst gehabt haben, die wahrscheinlich noch in das Brötchen reingespuckt haben. Also weisst du, dort hat es ja schon mal angefangen. Mhm. Und dann noch müssen, weisst du, du bist wirklich so in die Gruppen hinein und ich war in einer Snowboarder-Gruppe, weil ich einfach um zu fragen wollte, ob ich ein Snowboard wollte. Nein, ich habe ja gerade die Phase. Ja, ja. Ey, und die hat das Plus und Minus und die komischen Kurven und all das. Also es ist wirklich... Ich glaube auch, der Snowboardlehrer hatte keine Freude ab mir und ich hatte keine Freude ab ihm. Und wir haben uns einfach alle gegenseitig gehasst und ich habe Brötchen mit Spuckideen gegessen. Was ich schlimm gefunden habe, was ich schlimm gefunden habe bei den Snowboardlehrern, ähm, ist so, wenn du so in Teenie-Jahre gekommen bist, das sind Snowboardlehrer, sie sind immer so, weisst du, so fünf Jahre älter gewesen, wo einfach irgendeine von dem Lager haben wollen abgraben. Das ist immer richtig gemerkt. Und sie waren immer Wichser gegenüber den Buben. Genau. Aus diesem Grund... Ist das der Grund? Ja, natürlich. Ich habe bei mir so gedacht, es ist so eine... eben so die Distanz im Alter ist wie nicht genug da, dass man sich kann, eben als Skilehrer oder Snowboardlehrer wie von der Gruppe quasi, wie so ein bisschen abheben oder distanzieren. Ja, ja. Nein, es ist so genug genug, es ist so genug genug, dass es so Body könnte sein, aber es sind oft Arschlöcher gewesen und es hat immer so eine grusige, so eine grusige, schmierige Untervibe gehabt, wie sie dann eben auch so ein bisschen zu fest geholfen haben, weisst du, beim Aufstehen und all das Zeugs, oder? Stimmt, ja. Und bei den Dudes hast du so gesehen, ja, du pfeife, du kannst es eh nicht, oder? Es ist wortwörtlich, du pfeife. Pfeife. Aber pfeife ist auch wirklich einfach... Habe ich gerade heute jemandem geschrieben. Habe ich gerade heute jemandem geschrieben. Ist halt schon ein gutes Wort. Ist ein geiles Wort. Ich benutze es viel zu selten. Wirklich? Ja, ich bin da durch, also mit meinem engsten Kreis gibt es wie so keine Limite. Also die Wörter würde ich jetzt da so nie sagen, die ich benutze. Aber das fährt ja immer im engsten Kreis an, oder? Und es geht auch darum, wie weit dreht man es nach Hause? Ich finde, wir haben recht eine gute Balance gefunden. Also wir sind wie so vier, vielleicht fünf Leute, die so miteinander reden. Ja. Und wir haben eine gute Balance gefunden, dass wenn... Es ist wie klar für jeden, dass wenn jemand Neues dabei ist, dass man sicher gewisse Sachen nicht sagt. Weil du willst ja wie nicht als, keine Ahnung, sexistisch dastehen, wenn irgendjemand Neues dabei ist und die nicht weiss, dass du und deine beste Kollegin jetzt halt einfach so reden. Das Gleiche gilt für sie, dass sie nicht will, wenn sie mir irgendetwas an den Kopf... Ähm... Ja, aber sie werfen sie nicht an den Kopf. Es ist halt einfach so. Es ist wie ein Kosename. Wobei ich finde es eigentlich auch noch schön zu sehen, wenn man nicht direkt in einem Kreis drin ist... Das habe ich irgendwie zum Beispiel in Australien bin ich dann irgendwie mit Leuten umgehängt, wo wir irgendwie Boxkampf sind zu schauen, Sonntagmittag in einem Pub wegen der Zeitverschiebung, so, oder? Und... Und die haben sich... In Australien ist das eh nochmal ein bisschen lockerer als das Wort an sich, Kant. Mhm. Und die haben sich dort aber konstant wirklich einfach so halt als Begrüssung oder was weiß ich, einfach so... Hey, Kant! How are you, Kant? Yeah, whoo! What's up, Kant? Weisst du so, oder? Und ich habe das irgendwie... Ich habe genau gewusst, ich kann jetzt nicht denen sagen, okay, hey, schön euch kennenzulernen, ihr könnt's, aber... Ja, genau. Das ist ja dann auch noch so etwas. Wenn dann die andere Person auch einsteigt. Das finde ich dann immer so ein bisschen weird, weil ich wie finde so, hey, im Fall... Wir haben nicht zusammen Schäufe gehütet. Das, das... Also das ist ein Sprichwort vom Balkan, sorry. Ich merke jetzt gerade, dass sie so im Übersetzen bei uns gar keinen Sinn macht. Ähm... Also wir kennen uns nicht schon seit Ewigkeiten, das tun wir jetzt einfach, Kant, aber in Schweizerdeutsch kannst du sagen, weil... that's the word we're using. Und ich liebe es. Ich liebe es so fest. Muma? Mhm. Ja. Ich habe es geliebt im Fall, wirklich. Es ist auch vor allem... Ich habe so eine Deutsch-Rap-Phase gehabt. Mhm. Das ist vor etwa... Sieben, acht Jahre gewesen. Und da hat's... Wir haben gerade Sixten so mega irrs hoch gehabt. Das sind so zwei... Ich kann es nicht anders nennen, aber es sind so zwei Berliner Fresse-Girls gewesen. Ja. Wir haben einfach so... Ähm... Ja, halt einfach gerappt haben. Und... Also... Ich habe gerade gekannt, irgendwie... Auf Deutsch ist wie... Ich glaube, sie haben mal eine Studie gemacht mit den Liedern im Deutschrap, die am meisten das Wort benutzen. Und sie sind so bei weitem. Ja. Über Farid Bang, über... Ich weiss gar nicht, wie sie alle heissen. Nero, Mero, Dero, weiss auch nicht. Ähm... Capital Bra, den kenne ich. Aber auf jeden Fall sind wir so... Überall denen gewesen und alle haben gefunden so... Boah, wow, weiss, Feminismus, yeah! Und sie haben dann wie gefunden so... Boah... Ja, wir rappen halt einfach. Wenn das jetzt Feminismus ist, dann ist das okay. Das ist ihnen so egal gewesen. Und ich habe in dieser Zeit angefangen, als Lehrer zu arbeiten. Und bin dann tatsächlich so... Am Morgen, weiss, irgendwie so voll... Eben mit買auerischen Lieder von ihnen, weiss, das er so auf dem Weg in die Schule sehen. Und so, ja man von uns nicht mehr glauben. Und danach dann gehe ich, weiss, über Unterrichtung. Wiss ich so mé brav. Das ist äh... Das ist eine gute Zeit gewesen, ja. Aber das hilft dir wahrscheinlich beim Unterrichten. Hilf das ja auch... Ein bisschen... Wie alt sind sie gewesen, als du unterrichtete hast? Äh Kindergarten. Äh, ok, ok. Dann... Dann geht meine Theorie denn nicht auf. Nein! Aber es gibt andere Theorie. Und es ist wirklich... Du darfst ja wie nicht fluchen dort drin, also und das ist für mich ist das im Fall, also recht so ein Mundkorb im Gesicht-Feeling gewesen am Anfang, weil ich bin, wir sind zu Hause mit Fluchwörtern aufgewachsen, also irgendwie, ich habe die gröbsten Fluchwörter von meiner Mutter gelernt und zwar nicht, ich habe es nicht von ihr gehört, wie sie es benutzt, sondern sie hat wirklich mal einfach so joke-mässig mir dann einfach wie gesagt, hey Milan, sag mal das. Und dann habe ich das gesagt und dann hat sie einfach ein Fluchwort nachgeschossen, das sich gereimt hat mit dem, was ich gesagt habe und so, ha 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 ha, weisst du, läuft einfach weiter, an so eine Mutter habe ich gehabt, weisst du, und von dem her, wir sind wie so mit dem aufgewachsen und für mich ist es sehr schwierig gewesen, zum nachher das wie, äh, äh, einfach stoppen und dann habe ich angefangen, weisst du, anstatt irgendwie, anstatt Kopf-Dummy habe ich dann einfach irgendwie so Copeloni-Macaroni gesagt oder Mama Mia Pizzeria. Ja. Oder, was ist das? Lundefahne. Lundefahne, uh, den kenne ich nicht, der ist gut, der ist sehr gut, der gefällt mir. Nein, aber mein Heiliger Bim Bam. Heiliger Bim Bam, sehr oft, wirklich Mama Mia Pizzeria und, ähm, äh, Sapolot und Mues Kompott. Oh. Danni, aus dem, aus dem, aus dem Aschenbrödel-Theaterstück in Basel, wo ich irgendwie so fünf Jahre oder sechs Jahre alt war, hat das ein Charakter auf der Bühne immer gesagt und irgendwie ist mir das geblieben. Oh mein Gott. Ja, ja. Wir haben das gehabt, mit der Kinderserie, die ich mitgespielt habe, Best Friends, dort ist eine lange Geschichte, das ist eine holländische Serie, die ist umgeschrieben worden, auf Schweizerdeutsch, äh, umgeschrieben worden von irgendjemandem, wo wahrscheinlich um die 50 ist. Wann ist das gewesen, sorry? Vor, pfff, zwölf Jahren vielleicht, 13, 14 mittlerweile, erste Staffel. Ah, ist das da die, so Schul-Sitcom gewesen? Ah, dort hast du mitgemacht? Ja, ja, ja. Ah, wirklich? Und, und das Krasseste ist gewesen, im Original sind Storylines einfach geschrieben worden, aber die Dialoge sind dann von den SchauspielerInnen improvisiert gewesen. In Zusammenarbeit mit der Regie natürlich, aber, weißt du, so take for take, ist es einfach so gewesen, okay, dein Ziel ist, Ende von dieser Szene, willst du, keine Ahnung, dein Vater überzeugt haben, dass du jetzt an die Party musst gehen, oder? Und, und dann wird es so ein bisschen arbeitet. Aber das ist dann als fertiges Skript genommen worden, was die damals improvisiert haben, und ist dann übersetzt worden. Und dann ist das halt eben noch irgendjemand, der um die 50 ist, oder so, und dann weiss ich noch, ich bin ja so der Schul-Bulli gewesen, ich habe so einen Punk gespielt, und, und mein Lieblingssatz dort ist gewesen, wo ich mal jemanden müssen dissen, habe ich mir so sagen, hör auf mit dem Gebrabbel, du Schwabbel. Und alle sind wirklich so gesehen, das hat noch nie irgendjemand gesagt. Aber wortwörtlich noch nie, es ist nicht einmal früher so gebraucht worden. Nein, 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 das geht einfach nicht, oder? Ich kann mir nicht oft sagen, hab die Frau einen Fettsack, oder weisst du was? Nein, ich glaube sogar so durchgekommen, ich weiss es nicht. Aber ich finde ja das Geile noch, also du bist der Bulli gewesen in dem Fall, aber hast du jetzt vorhin gesagt, du bist so ein bisschen der Punk gewesen, also bist du auch so angeleitet gewesen. Ja, ja, ja. Das finde ich eh. Ich kann so einen Ring haben, wie du jetzt den. Ah, siehst du jetzt? Das ist die grösste Lüge von so Popkultur im Fernsehen, von all diesen Serien, ist ja eigentlich, dass die Bullis immer irgendwelche Punks sind. Ja, logisch. Wer eigentlich, ich meine, jeder, der in der Schule ist, in den letzten 30 Jahren, weiss, dass die Punks eigentlich immer die angenehmsten, liebsten Dudes gewesen sind. Und, also auch die Girls, also alle eigentlich, also alle, die in diesem Freundeskreis gewesen sind, das sind immer so die tolerantesten gewesen, das sind die angenehmsten Leute gewesen. Und irgendwelche Bullis haben immer ganz anders draus gesehen, also zu meiner Zeit auf jeden Fall. Und darum finde ich es immer mega witzig, weisst du, wenn sie immer so einen Punk zeigen und sagen, das ist der Böse und so willst du nicht sein. Aber das ist auch eine Diskussion, die ich gehabt habe, weil ich fand, also ganz ehrlich, vor allem bei einer nationalen Serie, wo alle Schweizerdeutsch reden, habe ich gesagt, reicht es nicht, dass der Baseldeutsch redet und so ausgesehen wie ich? Muss ich jetzt da wirklich noch das alles da kurz machen und muss ich jetzt wirklich noch da einen Ring drin haben? Und in der ersten Staffel ist es so gesehen und nachher habe ich es dann ein bisschen auflösen können. Nachher ist es dann ein bisschen lockerer geworden. Wie lange ist das gegangen? Der typisch Drei. Und in der zweiten bin ich nicht vorgekommen, in der dritten bin ich dann wieder vorgekommen. Und dort ist er dann auch so ein bisschen lustiger geworden. Also weisst du, er ist dann näher bei mir gesehen, an meinem achten Ich. Ja, ja, ja. Und durch das auch irgendwie facettenreicher, weil du hast dann so wirklich gemerkt, das ist einfach so ein bisschen der Nerfige, wo er irgendwie die Grenze nicht kennt. So, weisst du, und oft zu weit geht, aber er ist eigentlich nicht nur ein Arschloch. Ein Comedian, meine Damen und Herren. Aber so eidimensional ist sie eigentlich auch nie, oder? Es steht ja nie jemanden auf mit dem Gedanken, heute bin ich ein Arschloch zu jedem Menschen, wo wir. Das ist nicht so, in ihrem Kopf haben sie noch irgendeine Mission, weisst du? Es ist halt einfach eine gewisse Komplexität dahinter. Und ich finde es halt einfach wie auch spannend, gerade wenn du sagst, dass sie ja so gescriptet worden ist, wie es gescriptet worden ist. Ja. Mit so eigenen eigenen Lines, oder wie willst du dem sagen? Ich finde es ja noch schwierig, wenn man dich noch mehr in eine Rolle oder in eine Schablone reingedrückt und dann so, so und jetzt rede, so wie würdest du reden. Das ist ja schon... Genau. Das war ja viel besser gewesen. Ja, absolut. Und dann war es auch authentischer gewesen, logischerweise. Yeah. Lustig. Mein Mutter hat mich wollen... Es hat wie ein offener Casting gegeben für diese Show, gell? Mhm. Kann das sein? Mhm. Ja. Mein Mutter hat mich dort anmelden. Und ich hätte es jetzt nicht erwähnt, wäre das jetzt völlig aus meiner Erinnerung weg gewesen, irgendwie. Jetzt fällt mir das gerade ein. Ah, für dich hat es, für dich hat es sicher eine Rolle gegeben. Ja, aber das ist saulang hart. Das ist saulang hart. Ja. Und ich war auch wirklich drei Jahre lang auf einer Warteliste für Solo-Gesang an der Musikakademie in Basel. Und dann bin ich endlich dran gekommen. Dann bin ich aber genauso, das ist genauso das Alter gewesen, also bin ich vielleicht so 14, 15 rumgezogen. Das will ich nicht, dass... Nein, das ist schwule. Und das ist so schade, es ist so, so schade, weil es ist wie, ähm, ich bin jetzt quasi wie picking up the pieces, quasi. Was ist jetzt noch übrig von dem Können von damals? Und probiere jetzt aus dem quasi, oder, also probiere nicht, ich bin ja jetzt ja wie, ich bin ja gut dran, würde ich jetzt sagen, weißt du, aber es ist wie... Du holst es wieder zurück. Ich hol es wieder zurück jetzt, genau. Und, äh, hat in ganz einer anderen Form, hat sie mir das vorgestellt gehabt, in der Vergangenheit, aber, ähm, it is what it is, also, wenn nichts mehr gut kannst, du bist einfach Comedian. Aber das kann sich ja immer noch, das kann sich ja immer noch, ähm, weiterentwickeln. Ah, ja, voll. Und, und nebeneinander sahnen entwickeln, und das finde ich ja auch das Schöne an, ich meine, alles mit darstellender Künste, es ist, es ist so, so frei, dass ich eben schon nur im Bereich Stand-up, gibt es so klare Unterschiede und so verschiedene Herangehensweisen, äh, und so weiter und so fort, oder? Voll, ja. Und, 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 wenn du das dann noch aufmachst, ähm, äh, ist ja eigentlich alles, alles möglich, sozusagen. Ja, voll, und du kannst ja, wie, du kannst sehr gut einfließen, ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist, eben gerade Sven Ivanić mit seinem jetzigen, mit seinem jetzigen Solo-Programm. Ja. Äh, Stilbruch, wo ich jetzt wirklich zusammen mit dem Jozo Prizza und so ein bisschen Opener sein durfte, so ein bisschen Opener sein. Yes. Äh, immer schön abgewechselt haben wir da, aber, ja. Ähm, und er macht das ja eigentlich mega gekonnt, also er lässt ja auch mega Musik einfliessen, er spielt ja recht gut Gitarren, obwohl er behauptet, er spielt nicht gut, ich finde es mega gut. Ja. Äh, er tut das mega gut einfliessen, es ist so. Mega. Es ist wirklich nicht einfach nur noch Stand-up, so in Anführungs- und Schlusszeichen, und, ähm, schon sehr inspirierend. Nein, du, ich glaube sogar auf dem Plakat Musik und Comedy, oder? Ja. Ich glaube es, ja. Ja. So, jetzt sind wir, jetzt haben wir einen mega, jetzt haben wir einen mega Kreis gemacht. Äh. Zum eigentlich über unsere Augenringe reden. Zum über den Augenringe reden, und nachher, das ist schon ADHS-Themas gewesen, oder? Also, weil, was mich dort noch Wunder genommen hat, ich habe probiert, den Faden zu halten, so. Ja, du hast gesagt, es ist bei dir als Kind schon mal diagnostiziert worden, aber halt so nicht richtig, oder was? Ja, genau. Also es ist, ähm, Diagnose ist, also sie haben es diagnostiziert gehabt, äh, meine Eltern, ich weiss gar nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber eben der Hausarzt hat, der ja eben sehr auf holistisch gesetzt hat. Und, äh, ich glaube, mein Dad ist dort auch mega so skeptisch gewesen, und ich habe dann auch eine Tagesmutter gehabt, ähm, in der Zeit, wo es sowieso gefunden hat, dass es scheisse ist, wo die, ja komm, du musst doch nicht losen auf die Ärzte, Lilian, weißt du, zu meiner Mutter. Ja. Äh, und dann ist das irgendwie so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden, also es ist dann auch wie nichts mehr gross, ja, also es ist, es ist so wie, also ich, ich mag mich auch gar nicht grossartig erinnern, erst, wo ich dann wie wirklich mit meinem Therapeuten, wo ich dann so 21 war, wo ich dann wieder angefangen, so ein bisschen, also wieder überhaupt angefangen, in die Therapie zu gehen. Ähm, und wo dann das dort rauf gekommen ist, hat es dann wie geheissen, ja, weisst du, im Fall, äh, eigentlich hat man dir das bei dir ja schon mal diagnostiziert gehabt, wir haben wie nichts gross draus gemacht. Fairerweise muss man aber auch sagen, das war in den 90ern gewesen, und damals ist es ja schon mega so gewesen, dass man einfach so, 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 so Ritalin eigentlich, wie so, wie so, wie so Tafel an der Fasnacht, einfach so, so, den, den, den Leuten, vor allem den Kindern, wie so, angeschossen hat. Ist das so? Ich habe, ich habe das Gefühl, eben in den 90ern ist es noch mehr gesehen, eben, das ist alles hokus pokus, das sage ich, das ist ja auch ein lebhaftes Kind, so. Ich glaube, du hast, es hat wie beides, weisst du, es hat ja wie, das mit dem lebhaften Kind, das hätte es mal grundsätzlich schon mal gegeben, dann ist ja eben das mit ADHS-K und mit, eben, ja, weisst du, so, Pille verschreiben und sowieso, also ich habe so viele Buben halt vor allem kennt, wo, wo, mit Medikamenten behandelt worden sind, eben so, also eben so, so die Lustbuben halt. Und dann hat es aber auch sehr schnell, vor allem in der Schweiz, weil eben wir in der Schweiz ja eh eher Anti, eben Anti, Antibiotika sind und so. Also eigentlich, also eigentlich Biotika. Genau, voll, das ist so dumm. Aber ja, Schweizer sind Biotiks und genau, und dann ist schon auch so die Bewegung gewesen, aber ich weiss auch nicht, bei mir ist es auf jeden Fall irgendwie untergegangen. Ja. Genau, und dann mit 21 und dann das so ein bisschen mit, eben, wenn wir mit Ritalin probieren, mit Concerta, damit auch so ein bisschen raus durch. Was ist Concerta? Concerta ist eigentlich wie so das Ritalin für Erwachsene. Du tust, glaube ich, es wie Ritalin nicht Erwachsenen verschreiben. Okay. Und das Concerta, und das ist, das hat so wie, ich glaube, Late Release heisst das. Also es ist wie... Depo. Ja, ja, es pusht nicht so von 0 auf 100. Und dann ist aber auch nicht so der Crash nach 12 Stunden, sondern es macht so ein bisschen der da. Okay. Genau. Okay. Und ja, irgendwie habe ich das mal eine Zeit lang genommen, dann mal wieder nicht, dann hat es wieder Phasen gegeben, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss jetzt da wie normal funktionieren können, wie ein normaler Mensch, der jetzt halt egal, wie fest er in etwas anscheisst, er kann hinsitzen und er kann jetzt lernen für die Prüfung, weil er halt weiss, sie ist wichtig. Ja. Ich bin halt mega so, auf Druck habe ich funktioniert. Also alles, also alles, was ich Last Minute mache, funktioniert dann nachher. Es ist halt einfach der ganze Stress drumherum, um das Last Minute, wo eigentlich ich mir könnte ersparen. Ja, 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 ja. Das ist halt wie, ja, eben das, die Mädels haben ja auch ihre Schattenseiten. Es ist wie, du, du funktionierst das Leben lang so mit, du funktionierst das Leben lang mit Druck, oder? Also so, eben, Last Minute Sachen, erledigen, aber dann klappt es. Und das ist so, das ist so dein Booster. Und wenn das jetzt plötzlich wegfällt, weil du ja wie, dich tust wie regulieren und dementsprechend auch den Stress nicht mehr hast und alles ein bisschen lockerer auch angehst. Bei mir ist es dann einfach so, dass ich gewisse Sachen gar nicht mehr angegangen bin, weil ich halt einfach wie schon, der Stress, den ich vorher immer gehabt hatte, das war auch der Antrieb, und der ist wie nicht mehr gekommen. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, wie, wie tue ich jetzt Leistungen erbringen, wenn ich ja den Druck, der ja eigentlich der Ursprung von all meinen Leistungen ja immer gesehen ist, das Leben lang, weil so ich funktioniere und so mein Hirn funktioniert. Wie, also weisst du, wo holst du dir jetzt so den Antrieb? Und das ist halt wie, es ist so ein bisschen, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre eigentlich immer damit verbracht, zu schauen, welche Mädels, wenn, also quasi welche Mädels tue ich, wenn einsetzen, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, wie, ähm, wie schaffst du, wenn du willst kreativ schaffen, wie schaffst du, wenn auch im Kreativen ja dann gleich musst du leistiger bringen, also zum Beispiel ist ja wie, äh, keine Ahnung, du hast eine Idee für einen Joke, und der schreibst du ja dann nachher schon auf, und die Pointe schreibst du ja auch auf, aber dann das nachher einbauen in ein Set, dir Überlegungen machen, hey, den Junk und den Junk und den Junk zusammenbringen, das alles niederschreiben, das ist für mich etwas, das, das kann ich, wie, das ist wie nicht mehr. Natürlich ist es auch ein Teil vom kreativen Prozess, aber es ist dann wie so so, ich wage jetzt mal zu sagen, den leistungsorientierten Teil, weisst du? Und dort, da muss sie halt, dort muss sie wie funktionieren. Also und dann ist es halt entweder, ich bin alleine zu Hause und mache das Zeugs und dann eben nehme ich, nehme ich noch ein Concerto und dann, weisst du, habe ich wie so den Fokus auf dem. Oder was ich halt auch jetzt immer wieder mal gemacht habe, ist wie zusammen mit einem anderen Comedian oder mit einer anderen Comedienne zusammensitzen und dann einfach, ich mache meinen Schritt, du machst deinen Schritt, mit uns das amix ein bisschen vorlesen. Drina und ich machen das relativ oft. Wie produktiv wir denn wirklich sind, ist dann wie eine andere Sache, aber es ist wie, es ist... Hättest du auch Adios? Ja. Schon, oder? Also, ich weiss gar nicht, wie das so sein soll. Doch, ich habe gemeint, ich habe es mal gelassen. Eben gut, okay, gut. Ja, ich glaube, sie geht relativ offen damit um. Ich glaube, ich habe auch einen Bericht gesehen, oder irgendwie so, ja. Ja, und dann sitzen wir halt so zusammen und amix ist wie, wir sind dann meistens im Büro, wo sie arbeiten, bei der Hera, ich weiss nicht, ob sie auch kennst. Und am Ende, Hera ist dann halt einfach wie so dort und hört uns einfach vier Stunden genau gar nichts machen. Ah, wieder ein produktiver Morgen da im Büro, he? Aber das ist etwas Gemeiner bei Kreativität, weil ich behaupte Produktivität in der Kreativität kann auch sein, wenn du nicht am Schluss ein Ergebnis hast. Ja, weil es passiert ja konstant. Also, ich schreibe ja zum Beispiel nichts mehr auf, das heisst aber nicht, dass ich nicht mehr daran schaffe, sondern es ist einfach konstant immer irgendwie am Umschweren, so. Es ist so verinnerlicht schon, dass es einfach die ganze Zeit passiert, oder? Aber dann ein neues Zeug. Ja. Crazy. Also, es ist wirklich einfach, das ist wie so ein Level, ein unterbewusstes Level von meinem Hirn, ist immer, es ist so wie so, wie so ein Bolognese auf eins. Weisst du, es ist immer ein bisschen am Köcheln, oder? Ja, ja, ja. Und irgendwann gehst du aber wieder mal, gehst du wieder mal schauen, gehst du abschmecken, und so, ah, mach wieder mal ein bisschen Salz und so, und dann machst du wieder etwas komplett anderes, aber es köchelt immer weiter, so. Und da ist er wieder mal der komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird. Für den kleinen Hinweis, dass mein aktueller Solo Zero immer noch auf Tour ist, kaufen Tickets und mein letzter Solo Stand auf ist, gratis und in voller Länge auf YouTube zu sehen. Für alle Links, Video, wie auch Termin und Tickets, könnt ihr auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Was mir jetzt oft aufgefallen ist, ist, dass Concherta einfach den dümmsten Namen ist, den ich jemals gehört habe für ein Medikament. Absolut, oder? Concherta? Vor allem wird es auch immer anders ausgesprochen. Es kommt immer darauf an, wer in der Apotheke... Ja, dann noch das Concherta. Das Concherta. Das Concherta, Herr Milanski. Äh, und das finde ich dann... Und dann komme ich mir natürlich wie so der Oberbünzli vor. Ein Concierta? Also gerne ein Concherta. Ja, oder ein Concierta. Ja, gerne ein Conchi, he. Nein, so der... Concierta. Mein Gott. Ah, gut, aber ich verstand es, weil... Methylphenidatihydrochloridum. Mhm. Ja. Das ist schwierig. Ja, ich habe jetzt einfach das Gefühl, ich bin ja schon verdammt am Werbung machen für jenste Medis so immer. Nein, nein. Nein, vielleicht nicht so. Es hat mich vorhanden Wunder genommen, das ganze ADHS-Zeugs, weil ich also das Gefühl... Aber es ist immer persönliche Perception, natürlich. Äh, eigene Bubble. Aber ich habe das Gefühl, momentan ist es recht medienpräsent. Mhm. Ähm, vor ein paar Tagen habe ich irgendwie herumgezappt. Ich bin ja noch so ein klassischer ab und zu Fernsehschauker, oder? Und danach ist es beim SRF verschieden Doku gekommen, oder SRF-Doc, wie sie es sind, einfach eins von denen. Ähm, mein Leben mit ADHS, wo irgendwie Leute begleitet werden, oder? Und ich habe so gefunden, ah, okay, komm, klickst du mal rein, äh, schau mal rein. Und nach zehn Minuten habe ich mich abstellen, weil ich so fucking Anxiety gekriegt habe. Vom Zuschauen. Das ist von... Oh nein, das kann nicht. Oh Gott. Warum Anxiety? Anxiety, weil es eben sehr chaotisch ist. Und ich, ich zum Beispiel, ich habe es nie abklärt. Ja. Weil ich habe die grosse Angst, dass ich es abklare, und es heisst, du hast es nicht. Und dann habe ich das Gefühl, ah, ich bin einfach so ein absoluter Volldepp. Weisst du, wie ich meine? Mhm. Ich habe so Angst vor dir. Mhm. Darum mache ich es einfach nicht. Fair. Sondern probiere einfach mit meinem Hirn ein, wie auch immer das geholt ist. Und ich würde nie sagen, ah, ich habe früher, habe ich aber zugesagt, ich habe ADS, habe ich das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Hyperaktive habe, sondern ich habe das Gefühl, ich bin sehr schnell abgelangt. Ja, ja, ja. Und dann muss man vielleicht auch realistisch sein und sagen, es ist ja ein bisschen die heutige Gesellschaft, dass man halt einfach eine super kleine Aufmerksamkeitsspannung hat, oder? Also, zuerst finde ich, ich meine schlussendlich, wenn du einen Weg findest, zum mit der Art, wie du halt gestrickt bist, äh, äh, als Ziel zu kommen, was auch immer du dir vornimmst. Weisst du, wie ich meinte? Ja. Dann ist ja wie, dann hast du gelernt, damit umzugehen, dann hast du wie die richtigen Stimulationen gefunden, die für dich stimmen. Weisst du, es gibt ja ganz viele Leute, wo, wo mit ADHS enorm viel erreicht haben, weil sie halt einfach per Zufall, wie, wie es, wie das Leben halt so spielt, oder? Bei ihnen hat es jetzt halt einfach, sind die, sind die Puzzleteile perfekt ineinander hinein und sie haben, äh, direkt aus der Schule raus, in der Schule hatten sie immer gute Lehrer gehabt, die irgendwie auf das haben eingehen können, ohne dass irgendetwas abgelehrt wird. Sie haben, ähm, keine Ahnung, sie haben Vertiefungen können, äh, können wählen in, in der, in der höheren Stufe, Schulstufe, weisst du, wo mehr ihrem, ihrem Gusto entsprechen, sie haben, Wege können eingehen, weisst du, wo, ähm, wo halt einfach wie, passen zu jemandem, wo eben ADHS-mässig gestrickt ist und dann musst du ja auch nicht abklären, weisst du, es ist ja wie so, ja, ja, und von dem her ist das ja eigentlich auch super. Ich merke halt einfach, für mich ist wie, ich finde, mein ADHS ist wie so, Fluch, aber auch Sagen zugleich und ich weiss, in gewissen Bereichen ist es bei mir jetzt ausprägter, bei gewissen Sachen habe ich wirklich viel mehr Mühe, mit anderen Sachen wie wiederum gar nicht, also ich finde jetzt wie so, das Konzentrieren, ich bin mega gut durchs Leben und mega gut durch die Schule auch, ich bin immer ein recht guter Schüler gewesen, ohne dass mich jetzt etwas grossartig interessiert hat in der Schule, aber ich habe halt einfach wie so gewusst, hey, das ist jetzt schön, ich muss jetzt legen an den Punkt und das hat lustigerweise dann schon funktioniert. Ah, krass, okay. Bis ich dann irgendwann mal so Teenie, weisst du, im Teeniealter ist dann, wie sind dann andere Sachen natürlich interessanter gewesen, darum habe ich zum Beispiel auch nicht den Sprung ins Gimmick geschafft, sondern mir hat wie so einen halben Punkt gefehlt, ich habe dann WBS es müssen machen und dann aber von dort in die FMS hinein, weisst du, so, also dort habe ich es dann schon so ein bisschen gemerkt, aber bei mir ist es mehr so die Emotionsregulierung, also bei mir ist es wie so, ich kann über-excited sein, weisst du, so für, also weisst du, so fast eigentlich nervös, aber im positiven Sinne, und das ist für mich etwas Unaussteiliches, genauso wie wenn es negativ wäre, darum finde ich auch wie so, ähm, keine Ahnung, wenn Leute erzählen, von wegen frisch verliebt zu sein, ist für sie so das absolut höchste Gefühl, das ist mir voll, mit dem kommst du mich an, aber Schmetterling im Bauch ist für mich gleich, weiss ich auch nicht, Reizdarmsyndrom, es ist wie so, nichts Geiles im Fall, ich bin gerne verliebt, wenn, wenn, wenn alles schon so ein bisschen gesettelt ist, man ist schon so zwei, drei Monate zusammen, man hat so, man kennt sich schon so ein bisschen, und dann fange ich das an zu geniessen, aber so die erste Phase, und, äh, weiss ich auch nicht, mit schreiben, und, also ich jetzt das antworten, weisst du, nein, Horror, ich finde das ganz schön, bei mir ist es mehr das zum Beispiel im Fall, Horror, wirklich, oder auch so, ähm, also ich habe das letzte Mal, als ich angefangen habe, wieder mit Disney, äh, ist in meiner letzten Beziehung gewesen, weil ich gemerkt habe, hey, ich selber mit mir komme, mega klar, ich finde mich voll geil, also mit allem, meiner Absendenz, den ich durch den Tag habe, aufgrund von dieser, äh, äh, Neuro-Diversität, nicht wahr, aber, ähm, aber ich habe dann irgendwie immer gedacht, hey, also, f*** mein Leben, der arme Sieg neben mir, weisst du, wie ich meine, irgendwie, also weisst du, es ist schwierig, er ist auch ein bisschen gestört gewesen, muss ich auch dazu sagen, also ich will jetzt nicht, es ist schwierig, mit einem Narzisst zusammenzuziehen, aber das ist ein anderes Thema, aber, ähm, ich habe dann auch, es klingt nach einer Netflix-Dramedy, oh, absolut, absolut, ja, und zwar irgendwie, also, logischerweise, weisst du, da hast du so drei, hast du immer so drei, vier Begriffe unten dran, oder, und es ist irgendwie eben, viel gut, aber gleichzeitig auch Drama, LGBTQIA plus, weisst du, und dann einfach noch Totschlag, genau, dann kommt eine Warnung, ab 16, Gewalt, Drogen, Sex, nein, was schon da, habe ich so, Depictions of Tobacco, weisst du, wenn irgendjemand raucht, kommt ja schon eine Warnung, die man sagt, schlimm, ja, und dann natürlich, bei der Art und Weise, wie eben ich und meine engsten Freunde miteinander reden, kommt natürlich dann sicher auch so ein, so ein, Language, ja, so Language, genau, ja, wie bei Disney Plus jetzt, weisst du, bei Aladin kommt ja immer noch am Anfang so, es wird erklärt, dass, wie heisst es, ja, quasi das Klischee und Stereotypisierung stattfindet in dem Film, es kommt jetzt immer so eine Warnung, wenn, ich glaube, ich weiss nicht, ob das bei Mulan auch ist, bei allen den Filmen, wegen Drachen, ja, da, weil, weil nicht jeder Drache ist, voll weich, aber da ist es, oder? Nein, und wird synchronisiert von Otto Walkers, yes, habe ich aber sehr lustig gefunden, ich glaube, Otto Walkers ist, also der ist schon so ein bisschen, meine kleine, meine kleine Kindheitshilfe, ah, meine auch, absolut, aber ich finde das, ich finde das ja noch gut mit denen, ach, sogar rassistisch, zeig nochmal, Aladin, dieses Programm enthält negative Darstellungen und oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder, was steht hinter da? Eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen, diese Stereotypen waren damals falsch und sind es noch heute. Aber weißt du, das finde ich ja, das finde ich ja voll in Ordnung. Absolut, absolut. Ich fand es viel schlimmer, wenn es würde, was es ja auch dazu heißt, wenn es würde heißen, Aladin geht es jetzt einfach nicht mehr auf Disney Plus. Das würde, wenn würde sie das machen, meinst du? Also gut, Disney hat es ja wirklich geschafft, zwei, drei Filme komplett auszuradieren, dass du keine Ahnung mehr hast, dass es dir jemals gegeben hat. Aber, oh mein Gott, der, der Sippe-Di-Duda, der Sippe-Di-Duda-Film, hast du den mal gesehen? Was? Das Lied hast du gesehen, Sippe-Di-Duda, Sippe-Di-Jee, La-la-la-la, La-la-la-la-la. Und, ähm, dort ist die Grundgeschichte, ich glaube, weil ich gesehen, dass der Duda Sklave ist. Ja, weisst du noch? Ich weiss, die animierten Tiere sind aber auch noch ding gewesen. Genau. Und da ist recht viel ausradiert worden. Das gibt es jetzt irgendwie noch, aber ich hatte es als Faulhass noch. Ich meine, die Geschichte von dem, ich habe es kürzlich wieder mal nachgelesen, ist fucking insane. das ist gut. Das ist great. Hey, im Fall, also ich finde sowieso, ich meine, ich bin auch so ein absoluter Disney-Kind. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass meine Weltansicht und die Weltansicht von ganz vielen Gleichaltrigen in unserem Alter sehr viel geprägt worden sind von Disney-Filmen. Ja. Weisst du, mit dem ganzen, mit der, weisst du, gerade unserer Generation, du bist ja auch Gen Y, gell? Oder? Ja. Oder? Also so, Gen, genau. Gen Y wird dir so ein bisschen vorgeworfen, dass wir ja eigentlich wie so ein bisschen Cut-and-Candy-mässig erzogen worden sind, dass immer geheißen konnten, hey, du kannst alles sein, wenn du nur mehr ganz fest dran glaubst. Mhm. Und, weisst du, Alter, das ist ja, das ist so, so ein Disney-Narrativ. Meine Eltern haben mir nie gesagt, du kannst alles werden, nur wenn du ganz fest dran glaubst. Sie haben mir gesagt, schau, das und das und das wirst du wahrscheinlich nicht, also vergiss das gerade mal wieder. Ja. Weisst du, und sowieso, und so hast du dich zu benennen, weisst du, und bei mir ist es dann wirklich so, die Disney-Filme haben mich, haben mir so ein bisschen das mitgegeben, äh, und, ähm, andererseits, und das Gute ist aber wirklich so, dass, hey, wir sind alle gleich, und, weisst du, ähm, Sachen wie, Herkunft und Klasse, und sowieso, das ist alles egal, und ich meine, das hat, das hat, Aladin hat uns ja das gelernt, oder er ist ja so ein bisschen der Arme gewesen, und Jasmin, der sich gleich in ihn verliebt, auch wenn sie nachher rausfinden, dass er ein Strassenbub ist, so Zeugs um sie, und Strohlich ist ja auch so ein bisschen das, ähm, Mulan, der ja mega mit der Geschlechterrolle irgendwie, äh, die Geschlechterrollen auseinander nimmt, und wie zeigt, so, ja, man, sie ist irgendwie so, der grösste Held von China, ist eigentlich eine Frau gewesen, und wo er eigentlich gar nicht erlebt ist, und so sei ein Mann, und alle, weisst du so, ja. Äh, Pocahontas natürlich auch. Zum Beispiel, ja. Ist ja auch, äh, was ist er gesehen, nämlich, der fucking, der fucking, wie ist, der John Smith, und so, ja, wobei, Pocahontas ist so der einzig Zeichertrück, wo ich wie finde, so, hey, also das haben wir euch jetzt also schon alle sehr schön geredet, oder so. Eben, aber es ist, es ist ja gleich aber auch weird, weil es ist dann, wahrscheinlich, für das es damals rausgekommen ist, ist dann wie zu wenig, Aufklärung dahinter gesehen, sonst ist es wirklich einfach so, ah, die beiden, Opposite Worlds, kommen jetzt gleich irgendwie zusammen, und weisst du so. Genau, so der Background ist natürlich, also wissen wir ja jetzt mittlerweile ganz anders gesehen, aber, ähm, was ich damit, oder auch zum Beispiel, der Glöckner von Notre Dame, ist ja für mich, also die ganze, ich weiss nicht, ob du den mal geschaut hast, Ja, doch. und dann so die eine Szene, recht am Anfang, wo er ja quasi wie an das Fest der Narren geht, und keine Maske treibt, weil ja eben alle so quasi ugly faces haben, und dann checken aber alle, dass er ja gar keine Maske anhat, und dann fangen sie nachher zu beschissen, beschissen mit irgendwie Tomaten, und so, und dann geht so die Esmeralda, halt so die Roma, geht dann, geht befreien, und haltet so voll so die Speech, und ich meine, irgendwie so die Speech, hättest du genauso gut, also du hättest quasi Modo, könnte austauschen, äh, umtäuschen, mit einer, keine Ahnung, mit einer, mit einer queeren Person, und es war einfach genau gleich, also weisst, es ist wie so, das Narrativ hat ja Disney eigentlich mega gepflegt, so quasi den Underdog, äh, quasi wie, ähm, darstellen, als, du kannst auch der Underdog sein, und gleich wirst du am Ende vom Tag der Held sein, weisst du, so ein wenig, und von dem her, ich finde, und das hat ja Disney schon, schon recht gut gemacht, und gleich finde ich aber, wie, wenn du so das Ganze anschaust, und wenn du auch so ein bisschen, ein wenig dich einlesest, und, äh, dann vielleicht noch irgendwie der ein oder andere Verschwörungstheoretiker, doch ein bisschen durchzuhlosen, weisst du, und das alles zusammenbringt, dann bekomme ich amix schon so ein bisschen ein Molmigsgefühl, bei Disney. Also ich finde sie schon so ein bisschen cool. Ich finde es lustig, dass sie, dass sie immer noch irgendeine Pimmel einbauen und so. Jo, eben so Zeug, so Zeug, come on, das ist doch einfach komisch, nicht? Mega weird, nicht? Und dann, dann natürlich kommen halt irgendwie so die Fundis, wo wir finden, da, sie machen unsere Kinder schwul, weisst du, und irgendwie dann irgendwelche, ich weiss auch nicht, Boomer-Leute, die das dann natürlich glauben, und, also weisst du, es ist ja dann, Jo, aber eben, dort ist ja mehr, dort ist ja mehr für Projektionsfläche, also weisst du, du kannst ja irgendetwas nachdenken. Ja, absolut. Aber ich finde es ja, also es ist ja wie obvious, dass wirklich einfach immer irgendwo noch ein Dick versteckt ist, Mann. Jo. Und, äh, ist schon geil, oder? Also ich komme nicht dagegen, nehm ich. Aber dumm finde ich, finde ich Pixar, finde ich jetzt, äh, sehr, geil, ich kann gar kein anderes Wort nennen, ähm, aber wirklich, hast du zum Beispiel Soul gesehen? Soul ist richtig geil. Richtig, richtig gut. Aber, also, extrem komplex für ein Kind, habe ich jetzt das Gefühl. Also, weisst du, ja, aber lustigerweise, aber lustigerweise, hat es natürlich nicht null gecheckt, was da abgeht. Nein, aber lustigerweise, habe ich ja auch als Kind bei Disney huren viel nicht gecheckt. Also, weisst du, alles, was du mir jetzt, quasi retrospektiv, zum Beispiel schon noch, über Quasimodo, und das mir halt erklärt hast, pfff, weisst du, wie das über meinen Kopf geflogen ist, oder? Hey, to be fair, ich schaue, ja, die Filme immer noch regelmässig. Aber ich meinte, das habe ich mit Lion King, habe ich irgendwie dreimal im Kino geschaut, und absolut geliebt, und wo man dann irgendwie 20 Jahre später wieder geschaut hat, habe ich geflägt wie ein Idiot, was ich als Kind nie habe. Was? Schlauch. Ja. Okay, close. Also, dann hast du auf einmal eben eine andere Perspektive, eine andere Emotionalität, und so weiter und so fort. Das heisst, mir ist, also, mir ist nicht klar, ich weiss ja nicht, ich weiss nicht, wie es jetzt ist, ein Kind zu sein, so, aber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du das jetzt nicht bis ins letzte Detail verstehst, aber schon nur, eben, dass sie zum Beispiel für Soul ja dann extra so, ich weiss nicht mal, wie sie es genau genannt haben, aber irgendwie so Community, so Communities quasi ins, in Prozess einbunden haben, wo ihnen dann erklärt haben, wie jetzt überhaupt genau African American Community funktioniert, dass eben die reale Welt, wo gezeigt wird in Seoul, dass die dann auch richtig dargestellt wird, oder? dass sie dort wirklich effektiv Leute gefragt haben, wie sieht das bei euch aus, und die haben dann ihnen das erklärt, und dann haben sie effektiv Skripts auf das geschrieben, haben Leute ins Skript geschrieben, einbezogen, und so weiter und so fort. Und einfach so die grossen, so, eigentlich sind es ja schon philosophische Themen, die dort irgendwie behandelt werden, oder? Finde ich schon krass, für das es aus den USA kommt, wo irgendwie, ich glaube, so eine absurde Statistik, immer noch irgendwie 80% angeht, dass sie gläubig sind, also wenn man jetzt nur mal das grosse Thema Religion dort anschaut, dass du dann einen Film machst, wo sehr klar nicht auf Religion und Gläubigkeit geht, weißt du, so, es aber auch nicht verurteilt, oder irgendetwas, sondern einfach eben mehr so eine... Nein, es zeigt halt einfach wie so einen anderen Aspekt, was mit dir passiert, wenn du halt wie nicht mehr rum bist, und was mit deiner Seele passiert, und so, ja. Absolut. Und zwar eben in einem recht philosophischen Kontext, finde ich huren geil. Ja. Und den neuen, den habe ich noch nicht geschaut, den will ich jetzt schauen, mit den... Jetzt musst du mir gut schnell helfen. Wie heißt der? Wie heißt der neueste Pixar-Film, äh, Christoph? Ich weiß, dass du es nicht weißt, aber du bist da mit halb-schnellen Fingern. Mit dem zu einem rote Feuerding wieder. Weißt du, wie bei den Emotionen, Aha, 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 ja, ja, ja. Der ist, der ist nämlich ein ganz geiler Film. Ja, der ist mir dann zu absurd worden. Upcoming. Turning Red. Ah, nein. Nein, Turning Red. Re-Release. See. Inside Out 2. Nein, nein, nein. Ah, das sind wir aber schon, das ist Upcoming. Das ist ja schon gekommen. Geh auf die Pixar-Movies. Das langt. Und dann, äh... Familie.de. Alle 27 Pixar-Filme und unsere Altersempfehlung. So geil. Da da. Elemental. Der zweite... Ah, hey, aber der, der ist ja letzten Sommer raus und der hat recht gefloppt, scheint. Eben, die Frage ist, hat er gefloppt in Zahlen oder ist es scheisse? Äh... Ich glaube, wie beides. Weisst du was, wieso ich nicht geschaut habe, weil im Trailer ist es halt einfach wie so megatypisch, es sind halt wie so, es sind halt wie alle vier Elemente und ich lebe in einer Stadt und... Tue da nicht einblenden, tue da nicht einblenden, sonst werden wir geholt. Ah, eben, siehst du jetzt. Aber irgendwie so alle Wasser... Leute, alle Wasserbewohner leben untereinander, alle Feuer, alle Erde und alle Luftleute. Ja. Und denen verliebt sich halt der eine, was so tut, in die Feuerflamme. Aha. Und halt so das, ja, und irgendwie im Teaser hörst du irgendwie den Vater von der Feuerfrau und sagt, Feuer und Wasser gehören nicht zusammen. Also es ist mega so, es ist so ein bisschen so der Classic Plot und ich hatte wie so Nullbock. Okay. Darum finde ich eben Soul eigentlich recht geil, weil es ist halt wie so, es ist schon so sehr one of a kind, was die Firma geht. Und Dings finde ich auch sehr geil, Coco. Habe ich auch nicht gesehen. Den empfehle ich dir wärmstens. Das ist wirklich eine... Ich mag es behaupten, und wie gesagt, ich bin ja grosser Disney-Film-Fan, aber ich mag es behaupten, dass das der beste Disney-Film ist, also der beste animierte Disney-Film, der getreut worden ist. Ah, okay. Ja, wirklich. Und das, eben, ich bin eigentlich voll so, Mulan, die Schöne und das Beiss, Tarzan, das ist so, das ist so meine Ecke. Robin Hood aus den 70ern, das ist richtig geil. Weisst du, was ich der beste Disney-Film aller Zeiten finde? Was kommt jetzt? Ein Königreich für einen Lama. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und weisst du, weisst du, weisst du, wieso damals, weil der ist nur darauf abgesehen, fucking funny zu sein. Aha. Der hat kein anderes Ziel gehabt. der hat einfach nur der funniest shit ever sein. Wie heisst sie schon wieder? Esma? Gizma? Irgendwie so. Und sie ist auch wirklich der geilste Bösewicht ever. Und? Gizma. Warum? Weil, der, äh, im Original hat der David Spade das Ding geschwatzt. Und ich liebe den David Spade, aber er ist ein bisschen zu eindimensional. Für, vor allem, dass der ja dann noch ein Lama wird. Und irgendwie, so. Ja. Und im Deutschen war es der Bulli. Und der ist einfach perfekt. Der ist der Bulli gewesen? Ja. Meinst du? Ja. Und der ist einfach perfekt gewesen. Ja, der ist wirklich gut. Aberartig. Bulli, was hat er noch gemacht von so synchron? Der hat noch ein paar Sachen einfach gemacht. Der hat noch ein paar Mal Stimmen gegeben. Aber es ist halt immer so mega prominent äh, äh, beworben worden. Und darum wundert es mich, dass ich nicht gewusst habe. Naja, er hat es glaube ein bisschen beworben. Wobei, wobei Königreich für den Lama ist auch schon, da bin ich noch in der Primarkse. Ja. Also, so bin ich wirklich sehr... Weil, weisst du zum Beispiel, bei König der Löwin, also Lion King, habe ich dann, wo ich dann auf Englisch geschaut habe, meine 10 Minuten gebraucht, um mich umgewöhnen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, aber es ist so viel geiler. Ja. Auf Englisch. Weil du hast halt einfach, weisst du so, du hast dann halt so, world class, Jeremy Irons ist der Ska. Mhm. Und das ist auch weltweit eine von den Top 10 Stimmen aller Zeiten. Weisst du, wie ich meine? Absolut. So. Es ist halt aber gleich, ich meine... Klar hast du nachher Verbindung. Vor allem, ja, ich kann die Filme, also geil, ich kann ja wirklich teilweise, also Mulan zum Beispiel, rot, also falls jemals wir zwei den Film zusammenschauen, ja, du stehst auf nach drei Minuten. Weil ich rede jeden Scheisssatz mit, ich kann die Dialoge in- und auswendig, ich kann das erste Lied, wo sie separat machen für die Hochheurotsvermittlerin und so, in- und auswendig, es ist ein fucking pen in the ass, wenn wir den Film zuschauen. Und das gleiche habe ich halt gerade mit König der Löwen, mit Aladin habe ich das sehr viel und mit eben Robin Hood. Und ich glaube, ich habe gar keinen Bock, es auf Englisch zu schauen. Weil es ist wie... Ah, aber... Weisst du, wie ich meine? Das verstand ich alles. Weisst du, das habe ich ja auch mit Weisst du, wie lange ich gebraucht habe, zum als riesen Eddie Murphy Fan mich an die echte Stimme vom Eddie Murphy zu gewöhnen? Weisst du? Obwohl du Ina als Schauspieler dann auch schon gesehen hast, weisst du, ich finde es wie nochmal etwas anderes, weil ich finde dann auch wie plötzlich, wenn wir merken, dass das ja alles so German dubbed ist, also alles so synchronisiert. Und ich... Hey, also... Einfach mal an der Stelle, Chapeau an... Alles, was auf Deutsch synchronisiert wird, weil es ist so viel besser als auf jede andere Sprache. Also es ist im Fall... Die Deutschen haben da schon... sind da schon meilenweit voraus, vergeht zu Italienern und so. Die Sachen, so. Ah ja, absolut. Aber eben... Du merkst aber immer gerade, was Budget ist. Also du merkst dann so, bei Filmen und so, bei grossen Hollywood-Filmen eins an, ja, aber dann halt irgendein Soap, bist du dann auch so, uiuiuiuiui. Und auch bei wirklich so Kassenschlager-Serien, also irgendwie so... Franz ist zum Beispiel noch gut synchronisiert. Ich finde es auch schrecklich. Findest du nicht? Nein. Schrecklich. Also ich kann es jetzt natürlich nicht mehr auf Deutsch schauen. Ross, seine Stimme ist ja schon so... dumm. Weil die ist so... Du merkst richtig, wie der Typ die Stimme verstellt, dass sie dann so klingt. Ich bin Ross. Also wirklich, es ist so... Ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, wenn du es jetzt schaust. Ja. Mega. Aber ich finde, wie... Vergleichen zu allen anderen Ländern, was ich... Also ich habe... Hast du Satttürk gehabt? Ich bin gerade mal gesagt, ich liebe es ja okay, weil es einfach ein Dude ist. Das ist ein Dude. Und ab und zu... Ich meine, das grösste Highlight ist ja gesehen, wo wir als... Ich weiß auch nicht, wie alt sind wir da gesehen? So 11, 12 Uhr. Und Satttürk, das ist schon einfach so der Sand. Ich glaube, er hat das so geheißen. Also so das S mit einer Stärke oben. Aber es ist einfach... Wenn der Bildschirm... Quasi... Wenn das jetzt der Bildschirm ist, wo ich da drin bin, gell? Mhm. Schnittpostein zu mir? Genau. So. Dann ist S... Ohne Scheisse... So gross. Ja. Mindestens so gross. Und oben, oben im S... Das S ist rot gewesen und dann ist ein Stern. Ich habe immer gedacht, der heisst Star. Ah ja, das macht noch Sinn. Oder Star-Türk. Oder irgendwie so etwas hat es geheissen, habe ich gemeint. Bei Star-Türk würdest du sicher einen geilen Döner kriegen. Ja. Ja, es tört wirklich so. Es ist wirklich dann auch das gute Fleisch, nicht das komische... Nicht das komische... Der hat noch Spiess. Der hat Spiess. Ja, ja, genau. Genau, einfach so classic. Satt-Türk. Aber es ist... Nein. Aber die haben vielleicht jetzt ein neues Logo. Ja, aber so ein Logo kannst du nicht ersetzen. Das war, wenn Satt 1 sagt, hey, es ist jetzt nicht mehr Beachball, sondern... Ja, aber Satt 1 hat ja... Die haben ja ein mega... Die haben ja ein mega Rebranding gehabt. Früher ist es ja... Zuerst ist es ja nur die Kugel gewesen. Ja. Und dann ist es aber ausgeschrieben gewesen, Satt 1. Und dann aber beim Satt-Punkt... Der Punkt ist ja dann wie die farbige Kugel gewesen. Ja. Also das ist nicht... Auf jeden Fall haben wir dort einmal Baywatch geschaut. Ja, geil. Und dann war es einfach Pamela Anderson gesäcklet, weißt du, über den Strand, halt, weißt du, den Slow-Motion-Moment, alles, alles drum und dran. Dann schreit sie Hadigel, Hadigel, Buria! Hadigel, Buria! Und es ist wie so... Einfach not good. Aber es ist mega witzig gewesen. Und Mean Girls mit der Lindsay Lohan habe ich auch auf der EVD gehabt und die haben türkische synchronisierte Version gehabt. Und dort ist es halt auch wie so... Alle sind synchronisiert von einer Frau. Geil. Aber wenigstens von einer Frau. Ja, ja, gut. Die Mühe haben sie sich gemacht. Ich weiss nicht, ich habe mal Shanghai Noon geschaut auf dem S. Aha. Ja. Ich habe es so geil gefunden. Ja. Ja, darum... Das verstand ich schon, dass natürlich bei uns die Synchronisation besser ist. Aber weißt du, zum Beispiel jetzt Aladin, um das nochmal aufzumachen, wo ich checkt habe, dass der Genie im Original von Robin Williams geschwärzt worden ist. Crazy, oder? Und der 90% von diesen Parts improvisiert eingeschwärzt hat und sie erst dann den fucking Genie animiert haben, habe ich gefunden, okay, ich muss mich jetzt lösen von meiner Kindheit und dem Deutschen, weil, damit ich das nochmal in einem neuen Kontext kann appreciateen... Ich habe das nicht gewusst. Muss ich das auf Englisch schreiben? Es gibt Aufnahmen. Nein! Es gibt Aufnahmen, kannst du das mal suchen? Es gibt Aufnahmen von Robin Williams, wo er im Studio ist und einfach wie Rift. Oh, der geil. Einfach improvisiert, also was er ja eben gemacht hat. was er in diesem Fall jetzt oben machen muss. ist das so gut. Und so weiter. Hure geil. Hure gut. Das heisst, eben so viele von denen sind ja jetzt nicht gezeichnet, äh, also es sind einfach nur so Standbilder. er hat so viel angeboten. So geil. Und er sowieso. Also ich meine, Robin Williams ist Gott gewesen. In ganz, ganz vielen Bereichen. Ich, 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 ich habe ihn immer, also ich meine, er hat es ja dann auch geschafft, quasi wie nochmal eine Stufe, oder eine Generation weiterzunehmen mit den Filmen, oder? Also er ist ja so, so viele Jahrzehnte relevant gewesen. Was ich dann erst später, wo ich dann so richtig in Stand-up hineingekommen bin, äh, gecheckt habe, ist eben, wie viel Stand-up er gemacht hat, wie gut er in dem gesehen ist, dass er so viel improvisiert hat. Und, äh, und dass er hure viel gestohlen hat. Ah was? Im Ernst? Ja, aber ich, ich habe es sogar gar nicht nachvollziehen, dass er in der Improvisation geht es ja oft darum, schnell sein. Das Schnellste, was er in den Sinn kommt. Tak, 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 oder? Und er, der Mann, der so viel Comedy auch konsumiert hat, auch automatisch, mhm, hat dann anscheinend, hat er dann immer den Leuten angerufen und gesagt, tut mir so leid, ich habe da, und hat ihnen irgendwie Geld geschickt. So, also weisst du? Fair enough. Ja, ja. Also weisst du? Aber es ist halt gleich passiert. Also weisst du, das ist so, ich finde es, ich finde es noch eine spannende, ich finde es noch eine spannende, ähm, Und dort ist aber mega auch die Frage, weisst du, wo ist es einfach eins zu eins abgehupfert? Also weisst du, abwenn ist es eins zu eins abgehupfert, abwenn ist es wie so, ich finde es manchmal noch schwierig, ich habe, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kann jetzt auch schon, ich kann jetzt schon, ähm, an einem grösseren Event ist jemand auf der Bühne gestanden, wo ein Joke gemacht hat, er selber, aber wir noch nicht so viele Erfahrungen mit, also ist jetzt, er ist jetzt so zwei, drei Mal auch bei uns am Open Mic, ist aber nicht aufgetreten, hat halt einfach so mein Hosting ein bisschen angeschaut und so, hat dann aber gleich, hat jetzt aber gleich angefangen so ein bisschen aufzutreten und hat dann an einem grösseren Event, wo, ähm, wo halt viele Leute rumgesehen sind, hat er dann einen Joke gemacht, wo wirklich extrem, aber aufs gröbste eigentlich etwas amgleichen hat, was ich am einen oben gebraucht habe am Open Mic beim Host, wo er dabei war, also wo er wie zugeschaut hat, da habe ich dann ich auch gefunden, so, hey, dude. Ja, wenn man es noch kann tracken, gell? Ja, weil es hat wie so Sinn gemacht, nachher habe ich, ich weiss nicht, mit wem ich darüber geredet habe, wo es dann wie geheißen hat, ja, hey, fair enough, es würde wie so passen, irgendwie auch vom Zeitstempel her quasi, ja. Andererseits, Milan, Hand aufs Herz, es ist jetzt wie nicht so, als ob du den Joke wie erfunden hast, also so, so, etwas in dieser Form gibt es hundertprozentig schon. Irgendwo, irgendwo auf der Welt hat sicher irgendjemand mal den Joke gemacht, weil es ist wie so, es macht wie Sinn, es ist, es baut auf auf einem Sprichwort, was ja dann wieder wie, sobald es auf etwas aufbaut, was ja wie so ein bisschen common knowledge ist, dann musst du ja wie eigentlich davon ausgehen, wo das vielleicht auch mal so die Jokes ähnlich wären. Aber eben, das ist dann wie das, oder? Ich habe dann für mich selber wie müssen sagen, okay, gut, das ist jetzt wie nicht, vielleicht ist es inspiriert worden von mir, aber es ist jetzt wie nicht geklaut in dem Sinn. Ja, ich meine, weißt du, klar, früher ist ja noch völlig etwas anderes gesehen, weil es noch kein YouTube geht und all das Zeugs, hast du ja effektiv in den USA, hast du ja bei eben so Mixed Shows oder zum Teil auch Open Mics, hast du Joke Scouts gehabt, wo einfach reingesessen sind, und dann haben sie gefunden, oh, das ist gut, das ist gut, haben das aufgeschrieben, und dann haben sie es den fucking Big Names gegeben, dass halt einfach Newcomer haben eigentlich wie ins Schwarze raus, haben sie Jokes den Großen geschenkt, und das ist extrem oft passiert, und jetzt ist das halt wie so nicht möglich, oder? Kat Williams ist jetzt gerade ja mega in den Medien gesehen, weil er in einem Pod ist, oder in so einer YouTube Show, egal, und dann hat er in einer Woche 50 Millionen Views angekriegt, und dann hat er halt so ein bisschen ausgepackt, und dann hat er ich höre jetzt mal ein bisschen so, und es ist einfach so ein ewig langes Ding zwischen ihm und dem Cedric die Entertainer, dass der etwas von ihm gestohlen hat, der von einem Ding ersetzt, aber es ist exakt die gleiche Joke, Kat Williams sitzt dort und sagt, ich habe den und den zum ersten Mal gebracht, und der und der Typ hat mir geholfen, um das das ist mein Closer gesehen, und so, oder, und Cedric die Entertainer hat irgendwann mal so ein ganz mieses Video gemacht, das er so gefunden hat, ich habe keinen Joke über das und das, und darum kann es nicht sein, dass es gestohlen ist. Aber er hat genau noch mehr das ausgewechselt, ja, 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 so, ähm, und ich meine, das passiert ja noch oft, oder, aber was du sagst, ist genau das Gleiche, und da muss man eben so aufpassen, ich weiss noch, so vor sieben, acht Jahre, ist so ein bisschen gerade so, so eine mega intensive Haltung gesehen, dem gegenüber, in Berlin, hast du zum Teil schon nur eine ähnliche Prämisse auf der Bühne sagen, und dann hast du so Hardcore Stand-Up Nerds gehabt, die dann schon gefunden haben, Boo, Louis C.K., und so, aber es ist, also weisst, wir sind noch nicht mal, das ist jetzt nicht mir passiert, aber weisst, wir sind noch nicht mal bei einem Joke, sondern wir sind jetzt gerade einfach bis in so einem grundsätzlichen All-O-Welt-Leben-Ding, und jetzt darf man sehr oft ähnlich ist, also ich meine, Comedian, über was reden wir meistens, dass wir Single sind, dass wir arm sind, dass wir Trauma haben aus der Kindheit, und darum stehen wir jetzt da, also es ist ja wie so, also das ist jetzt sehr, sehr verallgemeinert, aber das ist ja so, das ist ja so der Stereotyp von einem Comedian, oder? Und dann finde ich wie so, also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, passiert ja schon mal so. Ja, ich habe das mal Also wie hat man das, wie hat man das dann gelöst, das Problem? Ich glaube, die Leute haben sich einfach ein bisschen entspannt, also wie so oft, es braucht dann halt immer ein bisschen ein Extrem, damit dann so ein bisschen eine Awareness kommt, und dann hat man das andere Extrem und dann irgendwann pendelt es sich so. Und dann tut es sich so irgendeinem einpendeln, oder? Ich hatte zum Beispiel mal gehabt mit einem sehr dummen Joke, es ist wirklich einfach so darüber, wie Leute ihre Telefonnummer in einem scheiss Rhythmus sagen. So, also weißt du, dass du eigentlich normalerweise sagst so zwei für zwei, hö hö, so, oder? Und dann gibt es Leute, die halt irgendwie gesagt dann eins, also weißt du, 0791, eins, sieben, drei, fünf, drei, aber weißt du so, und das ist eigentlich nur die Beobachtung, weil die gibt es auch schon seit die Telefonnummern gibt, oder? Und der Joke, den ich dazu hatte, ist dann ein komplett anderer gewesen, als, auch übrigens nach mir, nie im Leben hat das von mir geklaut, hat mich nie gesehen, aber Lobrecht hat auch eine Joke über das gehabt, so. Und dann habe ich auch mal mit einem, der mittlerweile ein Kollege ist von mir, habe ich auch mit einem diskutieren, weil er gefunden hat, du hast das vom Lobrecht gestohlen, und ich sage, ich schwöre dir nicht, und weißt du was, wenn ich es schaue, ich würde nicht einmal sagen, ich würde nicht einmal sehen, dass es der gleiche Joke ist, weil ich die Prämisse nicht als der Joke sehe, sondern die Beobachtung ist das eine, du kannst, eben irgendwie, irgendjemand hat mir den mal geschickt, das gibt es auch von King of Queens, dass dort irgendwie der Vater, der Arthur, sagt irgendwie, sie sind in den Nummern falsch, und der Tag regt sich hoch und so, oder? Das ist, ja, mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, mittlerweile mache ich wahrscheinlich nicht einmal mehr Jokes über das, weil ich finde, ich kann wahrscheinlich etwas machen, was eigener ist, weißt du, wie ich meine? Genau. Das ist das Einzige. Ja. Aber weisst du, wie oft bei Late-Night-Shows, wenn eine News ist, wie oft du bei fünf verschiedenen Late-Night-Shows den gleichen Joke siehst. Die haben nicht alle voneinander kopiert, sondern die haben alle zu dem Thema, wo an dem Tag die News siehst, sich geprägt, was ist wahrscheinlich der beste Joke. Gewisse sind schnell drauf gekommen, andere haben vielleicht länger gehabt, und am Schluss sind sie auf den gekommen. Ja, und das ist ja auch das. Also ich meine, ich finde ja nicht, also man kann ja nicht sagen, hey, alle Leute, die Stand-up-Comedy machen auf der Bühne, sind gleich. Das ja schon nicht. Aber ich meine, es hat ja schon, wir sind ja alle, schon alle, wir gehen ja schon alle in eine gewisse Richtung an Typ Mensch, würde ich jetzt sagen. Weisst du, wie ich meine? Absolut. Wir haben ja alle gewisse Qualitäten, eher als andere, genau so gewisse Flaws. Dementsprechend habe ich auch das Gefühl, man beobachtet ja auch plus minus ähnliche Sachen, im Leben. Man hat andere Sichtweise, aber untereinander ist das ein bisschen ähnliche. Genau, das ist ja das. Also man unterscheidet sich quasi wie eben, was die Sichtweise angeht von den anderen Leuten, aber untereinander ist ja sehr, sehr ähnlich oder es geht manchmal in die gleiche Richtung oder oder es ist auch wie die Art und Weise, wie gewisse Jokes erzählt werden. Also ich meine eben, gerade jetzt irgendwie beim Open Mic siehst du ja eigentlich schon immer wieder so acht bis zehn Comedians und da kannst du wie, du weisst genau, jetzt kommt der und der, der baut meistens, keine Ahnung, Jokes mega oft mit Aufzählungen auf. Ich schaffe, ich schaffe viel zum Beispiel mit Aufzählungen, habe ich das Gefühl. Und je mehr als der natürlich, ja mit wem rede ich da, also du weisst wahrscheinlich da besser, dass eben je mehr als der gewisse, gewisse Muster bei dir erkennst, probierst du dann halt auch vielleicht mal etwas anderes aus, damit es eben nicht so repetitiv ist und so. Aber am Ende vom Tag eben ist es ja wie, es hat ja gleich jeder so ein bisschen seinen Stil. Und ich glaube auch dort passiert es dann immer so, dass man wie merkt, ah, der erinnert mich mega an den oder die da macht sehr ähnliche Jokes wie die vor fünf Jahren. Aber es ist dann amix ist es nicht mal, es ist weder die Prämisse noch die Thematik etwas, sondern einfach wie der Joke aufgebaut ist. Also jetzt einfach mal so rein, wie soll ich das sagen, so aus der Meta-Ebene quasi ausgesehen, weisst du, wie es gerüst ist. Absolut. Amix auch, oder? Ich habe mal die Theorie gelesen, dass es eigentlich, ich weiss, es gibt verschiedene, aber die eine ist, es gibt nur drei Jokes. Und die andere ist, es gibt nur sieben Jokes. Und dass eigentlich jeden Joke in eine von diesen Kategorien kannst du reintun. Weil entweder ist es eben Rule of Three oder es ist One-Liner mit Überraschung oder es ist Wordplay, bla, 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 bla. Und das ist wahrscheinlich so wie in der Musik oder im Film oder was auch immer gibt es einfach wie so klare Strukturen. Und spannend wird es natürlich dann, wenn es nicht genau nach dieser Struktur funktioniert. Also wenn ich jetzt einen Film schaue, wo ich nicht aktiv merke, dass jetzt dann nach 30 Minuten der erste Twist ist und nach 60 Minuten ein gesuchter Zweiter, damit es nachher zum Happy End kommt, dann bin ich natürlich schon happier mit dem Film. Und ich glaube, in der Comedy ist es genau das Gleiche. Ich finde es ja mega geil zu sehen, wie eben zum Beispiel bei einem Open Mic siehst du jemanden zum ersten Mal, wo füllen wir von ganz vorne an, wo zum Teil eben noch nicht mal die grundsätzlichen Strukturen checkt in diesem Moment. Was aber nicht heisst, die Person ist nicht gut. Überhaupt nicht. Sondern darf noch nicht die Strukturen checkt. Aber du merkst, ah, der Gedankengang, fucking funny, oder? Hat eben das Comedy-Brain sozusagen, hat bei einem Banküberfall drauf geschaut, was der Bankräuber für Schuhe anhat und nicht was hat er gesagt. Oder weisst du, irgendwie so. Das ist eine gute Prämisse übrigens. Das übrigens, muss ich dazu sagen, das ist, der Schulte-Los sagt das immer, das sagt, Comedians sind die schlechtesten Zeugen. Weil sie achten sich um die falschen Sachen. vom Löffelbrechen. Wenn jetzt wirklich du als Zeugen aufgerufen wirst und eben nimmst zum Beispiel einen Banküberfall und sagst, ja, ich habe nicht genau was passiert ist, aber ihre Haare. Genau, können sie die Daten beschreiben? Ja, irgendwie, was ich komisch gefunden habe, ist, er hat zweimal auf die Uhr geschaut. Wieso sollte er bei einem Banküberfall auf die Uhr schauen? Weil, geht es darum, dass dann irgendwie der Wage hinten ist? Oder weisst du, einfach so dumme Gedanken, die nichts mit dem Ding zu tun hat. Aber was hat er für Haare gehabt? Keine Ahnung. Weisst du? Hey, wollen wir wieder beim Thema ADHS werden? Wir sind schon alle so ein bisschen auf dem Spektrum. Kommt auch noch zu. Ja, aber auf jeden Fall die Entwicklung du siehst, dann siehst du irgendwann, er hat irgendwie so das gecheckt, kann jetzt mega gut diese Sorte von Jokes machen und geil ist, wenn das dann weitergeht und du merkst, wow, jetzt ist es so eine jetzt ist es nicht mehr definierbar. Dann wird es auch eigener. Es bekommt dann wie so ein bisschen eine eigene Dynamik. Genau. Dann hast du eigentlich genau das geschafft, was ja jede Comedy- schaffende Person wählen würde. Und zwar, dass man wie so einen eigenen Stempel aufdrückt. Und zwar nicht nur mit dem, über was man redet, sondern halt auch wie man darüber redet. Absolut. Was ich eigentlich auch immer mega gut finde, ist einfach auch so sich nicht zu fest selber ernst nehmen. Das hat weniger mit der Struktur zu tun, aber mehr mit der Semantik. Ist das dann schon die Semantik? Ich weiss gar nicht. Aber so die Art, also weisst du, dass die Jokes eigentlich auch gegen dich selber gerichtet sind. Was ich halt auch ein paar Mal schon gesehen habe, dass es wie ein Newcomer gibt, der dann mega so hey, ich gehe jetzt und bin jetzt einfach der Duschback. Dann finde ich, wie der Duschback kann dann sein, wenn du die ersten zwei Minuten damit verbracht hast, dich selber das erste Mal fertig zu machen. Und dann kannst du von mir aus den Duschbacks sein. Weisst du, es gibt so viel, und ich muss es wirklich sagen, es sind immer Männer, es sind immer Dudes, die einfach so, ich gehe jetzt bei der Duschback, weisst du, und so. Not working, man. Aber sie, sie würden es nicht als Duschback definieren? Nein, 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 sie überhaupt nicht. Es ist halt einfach wie, ich bin der edgy, ja, ich bin so ein bisschen, genau, ich darf, nein, du darfst nicht, weil keine Sau kennt dich, also weisst, es ist ja wie nochmal etwas anderes, keine Ahnung, eben, wenn Arena plötzlich auf der Bühne ein Duschback ist, dann ist das ja nochmal ganz etwas anderes, einfach per se mal lustiger, als wenn das einfach ein Dude ist, der auch schon wie ein Duschback aussieht, und dir auch das Gefühl, okay, gut, der ist aber auch im echten Leben ein Duschback, weisst, während eben Arena einfach einer von den absolut tötsten und herzigsten Menschen auf der Welt ist, und du das einfach wie weisst, weisst, ich finde, Moritz Scherner hat mal etwas mega Gutes gesagt, also ich mache mit ihm zusammen das Open Mic jetzt schon seit einem Jahr, und er hat etwas mega Gutes gesagt, er findet wie, man muss wie spüren, dass ein Joke gleich vom richtigen, also, dass er gleich vom richtigen Ort kommt, quasi, also, wenn jetzt irgendjemand einen Joke macht, der könnte, keine Ahnung, rassistisch verstanden werden, oder so, wenn der Dude oder wenn die Person mir das Gefühl gibt, dass er offstage, aber auch so ist, und dass er eigentlich auch eigentlich so denkt, dann ist es einfach wie, dann ist es nicht funny, auch wenn, auch wenn der Joke grandios ist, und ich bin mega der Verfechter von, hey, die Comedy darf viel, solange es einfach gut ist, also, du darfst jetzt da den absolut homophobsten Joke ever machen, und denen noch schnell irgendwie noch einfach der ganzen balkanischen Community ans Bein pissen, und das zusammen kombiniert dürftest du jetzt da machen, auch muss einfach richtig gut sein, und dann mache ich den da, weisst du, wirklich, und wenn nicht, dann ist er A mal nicht gut, und B denke ich mir dann wie so, hey, der Joke ist nicht gut, wieso hat er ihn gebracht, entweder er ist einfach grundsätzlich kein guter Comedian, oder ihm ist einfach nur wichtig zu schocken, also der Effekt von hat er das jetzt wirklich gesagt, ist ihm jetzt viel wichtiger gewesen, und ist in seinem kleinen Köpfchen die Prämisse für einen guten Joke, und das ist es halt einfach wie nicht, weisst du, so. Ich glaube, Andy Warhol hat mal gesagt, Art is getting away with it, und das finde ich auch auf die Comedy so zutreffend, dass lustigerweise die Diskussionen hast du bei gewissen Jokes gar nicht, obwohl sie wahrscheinlich objektiv viel angebrachter waren, aber du merkst die Intention dahinter, die Motivation ist die richtige, er ist perfekt crafted, und er ist einfach so, Art is what you can get away with. Also, und sobald hat man sich das nicht mehr fragt, sondern zu einem einfach verrisst, sag ich jetzt mal, das ist das klassische, jetzt verrisst es mich, ich kann nicht anders, ich muss lachen, so, dann ist gar keine Diskussion. Und selbst in dem Moment darfst du schon so einen kurzen Moment haben, wo du bist wie so, schitz, darf ich überhaupt darüber lachen? Es darf ja, es darf ja RG sein, es muss sogar, irgendwie, es muss einfach gut sein, es muss ein guter joke sein, und wenn es kein guter joke ist, dann hörst es. Also, simple as that. Absolut. Und, ähm, wie sind wir jetzt auf das gekommen? Ah, wegen den Duschbags. Ja, genau, wie sind wir auf Duschbags gekommen? Wegen Open mics. Und, ähm, da drauf sind wir gekommen, weil, äh, ich kann einfach schnell werbung machen für, äh, Stuben-Comedy. Äh, es kommt eher in den Shownotes, machen wir, äh, in den Shownotes schreibe ich sie rein. Ähm, ja, wie sind wir auf das gekommen? Ah, wegen den Jokes-Stahl irgendwie. Ja, genau. Ich nehme mir da zum Stuhl, lieber Jokes-Stahle und dann eben evolution. Hast du mal das Gefühl gehabt, dass jemand von dir einen Joke geklaut hat? Oder die Art und Weise, wie du Jokes erzählst? Ähm, ein effektiver Joke, das weiss ich noch sehr genau. Ja, aber habe ich dann, habe ich dann angesprochen und klärt und alles gut. So, ähm, und sonst, was, was mich, äh, eben was mich mehr nervt ist, bei vielen Sachen, also nervt ist übertrieben, aber bei vielen Sachen habe ich das Zeug schon gemacht, bevor irgendwie von jemandem größerem in Deutschland dann etwas Ähnliches gekommen ist und nie im Leben würde ich sagen, die Person hat gestohlen von mir, nämlich da, that happens. Und hat gar nicht mitgekriegt, dass ich das mache. Aber dass dann automatisch angenommen wird, ich habe das gestohlen, weil ich der wenig bekannte Mensch bin, so, oder? Und dann kannst du eben so Timelines einfach vergleichen und so. Und dann ist es wirklich so, ich habe ein mega dummes, eigentlich mein allererster Bit ever gesehen, äh, 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 Speaker bei der Massenbahne, weisst du, der sagt, jawohl, jetzt gehen Sie nochmal ab, Bier nochmal nach unten, so, oder? Und dann halt einfach, ja, jetzt ist er in andere Situationen. Das ist das Erste, was ich gelernt habe. Was, was kann ich irgendwie nachmachen und wie kriege ich das nebeneinander zusammen? So, dann ist er Pilot geworden, äh, Kellner geworden und am Schluss hat er noch gebumst. So. Classic, oder? Und das weiss ich, in meiner Timeline, das habe ich 2011, ist es, glaube ich, gesehen, habe ich das gemacht. So, ich kaufe dann ein Video und das ist, glaube ich, also, gerade seitdem ist es online. Manchmal stelle ich es irgendwie privat schalten, dann mache ich es wieder drauf, weil ich so denke, es ist so alt, man kann es irgendwie in den Kontext sehen. Okay. Und Tane hat eine Nummer, die ziemlich ähnlich ist. Sie macht auch so eine Speakerin in diesem Fall. Sie macht ja auch viel, also die Helene Fischer nach, dann aber die Helene Fischer in verschiedenen Situationen, das stimmt, ja, ja, genau. Aber dort ist effektiv auch so ein Kirmes, whoop, whoop, ja, 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 und dort dann halt auch, genau, und dort dann halt auch verschiedene Situationen durchmachen, unter anderem auch Sex, so. Und ich finde nichts von ihr vor 2015 oder 2014 oder irgendwie so, weisst du, weil eben mir mal jemand das angerichtet hat und dann fand ich gar nicht zu schauen, kann man das wirklich auseinandernehmen? Ja, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her. Und ich probiere mich auch wirklich sehr von dem zu lösen, weil sonst würde ich wuchern. Sonst würde ich wuchern mit dem verbringen, weisst du, wie ich meine? Und das ist eigentlich das, was mich mehr stresst, weil auch für die Show damals, haben wir halt immer auch so ein bisschen so Newsjokes geschrieben und dann ist ein Thema gewesen, McDonalds bietet jetzt Hochzeiten an. Und danach hat, ja, eben ein paar Dudes, Anfang 20, zwei an der Zahl, schreiben dann ein paar Jokes zu dem Thema, oder? Und dann ist es, äh, es heisst, ich weiss doch auch nicht mehr, ich erfinde jetzt, es heisst McWedding, äh, der Ronald McDonald ist da, ist der Trauredner, du kriegst Zibbelenring und weisst so, oder? Ja. Und dann habe ich auf der Bühne erzählt, und es hat mir ein paar mir die Lacher gegeben, und dann gehst du weiter. Und dann sehe ich, eine Woche danach, sehe ich, äh, irgendeine Folge von Russell Howard, damals noch Good News, und dann hat es halt, ja, auch in der Woche, wo du es halt dann siehst, sagt, hey, McDonalds bietet jetzt Hochzeiten an, äh, es heisst McWedding, und, äh, wir zeigen euch, wie das so abläuft, und dann hat es gesehen, es ist eine Mini-Sketch, wo der Ronald McDonald steht und sagt, so, I pronounce you, äh, man and wife, und dann kommt ein fucking Zibbelenring, und dann ist der Sketch fertig. Was ja nicht mega abwägig ist, also, oder? Das ist ja, das sind einfach die schnellsten, einfachsten Jokes, die zu diesem Thema einfallen, und ich weiss noch, wie ich das dann gesehen habe, und dann denke ich so, shit, das ist vor fünf Wochen rausgekommen, ziemlich genau dann, wo ich meine Show gemacht habe, wenn ich, zum Glück habe ich das nicht dann gesehen, weil sonst hätte ich gesagt, nein, wir machen die Jokes nicht, weisst du, wie ich meine? Dann hatte ich mich auf einmal angefangen, wie zu zensieren, von, nein, es geht nicht, weil die haben das ja auch gemacht, dann meinten wir, wir haben es gestohlen, und so, aber ich weiss, wieso ich draufgekommen bin, weisst du? Ja, ja. So, und darum, äh, bei anderen Sachen, ich meine, es gibt viele im Umfeld, wo ich merke, nee, das ist wahrscheinlich irgendwie so in Art und Weise dort angelernt, und das ist so, das klingt sehr nach dieser Person, und so, äh, und, bei gewissenen lohnt es sich, äh, Energie rein zu investieren, zum mit ihnen drüber reden, und bei anderen denkst du, warte noch ein halbes Jahr, dann spielen sie je nümmer, also, weisst du, wie ich meine? Und sie spielen überhaupt nümmer. Eben, das meine ich ja. Ja, 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 ja. So, also, weisst du, ich weiss noch einen, der einfach eins zu eins Jim Jefferies Bits gemacht hat, und der hat mich sogar gefragt nachher, hat so, und, was denkst du, ich sage, ja, spiele nicht Jim Jefferies. Was? Das hat es im Fall, aber jetzt wirklich, wo ich auch mit Stand-Up angefangen habe, hat es mal einen gegeben, das ist wirklich, ich weiss einfach nicht mal, wer das gewesen ist, ich weiss einfach nur, dass wirklich so, im Back, also Backstage, du bist halt einfach in der einten Ecke von der Bar, wo niemand gesessen ist und mehr uns Comedians alle da hat, sind, glaube es wirklich, das ist so damals gewesen, wo der Fabio Landert erst gerade angefangen hat, und, also, nicht erst gerade angefangen, sondern wirklich schon eigentlich, äh, schon dran gewesen ist, auch wirklich auch den New Talent, äh, New Talent Awards gewinnen, und so weiter und so. Und dann haben sie dort im Background sind so ein paar Leute gewesen, wo dann geredet gehabt haben über jemanden, der mit ihnen angefangen hat, vielleicht, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Jahr oder zwei Vorhalte, weißt du so, und jetzt hat das wie nicht gemacht, weil er wirklich wie eins zu eins von irgendjemandem, äh, äh, ein Set übersetzt hat, vielleicht ist das genau die Person, die du jetzt gerade gemeint hast, ich weiss nicht. Es gibt noch ein paar, weil, was es dann auch gegeben hat, ist zum Beispiel, äh, viele haben Englisch halt eben irgendetwas genommen, und dann hat es aber auf einmal so ein bisschen so wie so eine Unterszene gegeben, wo sie gemerkt haben, aha, französisch, gibt geile Stand-Up, französisch, nicht ganz so verbreitet bei uns, nicht alle schauen auf YouTube, französische Stand-Up, aber go-go, aha, das könnte noch ein Ding sein, so, ähm, aber ich meine eben, nur zum Abschliessen, früher noch, ist es gang und gäbe gesehen, der Jürgen von der Lippe, äh, fucking legend vom deutschen Comedy-Kreis, der hat ganze Bits, aber ganze, so sechs Minuten, acht Minuten, einfach übersetzt gespielt, sogar noch zur Zeit von TV Total, der, 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 der Stefan Raab, hat zum Beispiel, der hat doch mal gegen eine Boxerin gefeitet, ja, kannst du dich erinnern, ja, 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 und er hat dort, um das, um das quasi auf, also zum quasi aufzulegen, dass das passieren wird, hat er, äh, super sexistischen Monolog gehalten, wie Frauen nichts können, und was weiß ich, und so, und, da ist auch eins zu eins, Wort für Wort ist da übersetzt worden, von einem Bit von Andy Kaufman, in den 70s, ich weiss nicht mehr, wie lange der Andy Kaufman genau gelebt hat, wo es eigentlich auch genau um das gegangen ist, dass er eben quasi wie extra die Leute gegen sich raufbringt und sich dann nachher verprügeln lässt, oder? Und, ähm, das ist, das ist gang und gäbe gesehen. Das ist schon noch krass. Alle Late Night Shows, alle die, die Jokes bei Drive-Thrus und so, hat der Letterman irgendwie in den 80s gemacht, und der Raab hat es nachher dann gemacht, und der Schmidt hat ja sogar das Set eins zu eins kopiert gehabt, hat ganze Bits eins zu eins kopiert gehabt, äh, es ist früher halt noch mehr möglich gewesen, Du hast halt wie in deiner Bubble, was jetzt auch für dein Land gewesen ist, oder deine Sprache, Et voilà. Hest du das können präsentieren, wenn es niemand vor dir gemacht hätte, oder? Genau, du bist halt so quasi wie, eben, da bist du der deutsche Jay Leno gewesen, oder? Genau. Zum Beispiel so ein bisschen. Ja, ähm, du hast halt auch früher, also, eben, also TV Total ist jetzt auch nicht so lange her, oder? Also, es hat ja schon Internet gegeben und alles, ich glaube, es hat aber auch viel weniger Leute gegeben, wo tatsächlich so viel Mühe investieren würde, um jetzt dem nachher, weisst du, das Ganze zu recherchieren und zu schauen, wer hat jetzt da was hier, wo. Und heutzutage haben wir es ja wirklich wie in Überfluss. Also, wir müssen es ja gar nicht machen. Was ich jetzt aber auch gemerkt habe, was mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist, ist, dass ich, ähm, dass ich irgendein lustiges Meme gesehen habe. Ja. Dass das Meme einfach per se in irgendeinem Kollegenkreiskontext immer wieder recycelt worden ist, der Joke von dem Meme. Ja. Und dass ich dann, eben wie Robin Williams, du jetzt gerade erwähnt hast, wenn ich jetzt irgendwie am Hosting gesehen bin, habe ich dann irgendwie ein Meme zitiert, aber es ist so, eben, also ich, es ist einfach genau eins, weisst du, wo es irgendwie um Britney Spears geht und sowieso. Und das ist halt einfach so ein Meme, wo ich und mein bester Kollege halt einfach mega so, das ist so unser, unser Running Gag, weisst du? Jo, aber. Und dann hat der dann wie gepasst und er ist auch im Publikum gewesen und dann habe ich gefunden, ah, der Michael ist da, jetzt, jetzt bringe ich, äh, About Britney. Und dann ist es wie so, da habe ich nachher auch mit, mit, mit irgendeinem, mit irgendeinem Comedian darüber geredet, wo ich dann einfach gefunden habe, hey, eigentlich voll nicht okay, dass ich den jetzt wie so einbaut habe. Es ist halt wie spontan passiert, das ist jetzt wie nicht geplant gewesen in dem Sinn. Aber es passt halt auch wiederum mega zu einem Set, das ich habe, wo eigentlich das, wie jetzt, wie so, kannst du es wie so noch eindingslern. Und dann ist halt auch wieder wie die Frage, hey, es ist etwas, was ich vor irgendwie acht Jahren auf Instagram gesehen habe, dass mich kursiert auch nicht mehr rum. Es ist wie, ich weiss nicht, ob, also weisst du, es ist wie so, es ist einfach etwas, es hat genauso gut einfach etwas könnte sein, was jemand, etwas, was jemand mal gesagt hat, weisst du? Und dann, weisst du, wo ziehst du denn da, wo ziehst du da die Grenze? Weisst du, wie ich meine? Absolut. Und das ist schon so ein bisschen, immer ein bisschen ein bisschen ein Abwägen. Ja, ich finde, weisst du, Hosting ist ja dann eh nochmal, ist ja dann eh nochmal wie eine andere Disziplin, oder? Das eben in der Spontanität zu etwas passiert. Ich musste mich beim Frank entschuldigen. Ich habe mal im Crowdwork, habe ich mal eine Joke von ihm gemacht. Und ich habe es wirklich, zwei Sekunden später habe ich es gemerkt. Ich habe wirklich, weisst du, einfach, was passiert, oder? Die Person hat irgendetwas gesagt und ich so, ah, bam, bam, bam. Ja, weil es fällt dir ja gerade, also es ist ja sehr mit, was fällt dir in dem Moment gerade ein, oder? Und ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich habe nicht gedacht, ist das, ist das von mir, oder was soll ich, ist das Erste, was mir eingefallen ist, oder? Da habe ich nachher den Frank angerufen und gesagt, hey, hörst du mal, gestern schon, bla, bla, bla. So. Wenn man es dann weiss und dann bewusst einfach einbauen, ist für mich dann wie eine andere Ebene. Absolut, ja, ja. Weil dort ist ja dann wie klar, oder? Weil es nicht im Moment ist, sondern das ist jetzt... Du hast es wirklich vorgenommen, ja. Genau. Es ist ja dann wie gescriptet eigentlich. Und ich habe einfach wirklich, pfff... Also ich habe eh schon das Glück gehabt, dass ich eigentlich immer angefangen habe, dass ich, wo ich angefangen habe, dass ich eigentlich immer Storys erzählt habe, die zum Teil nicht lustig gesehen sind, aber einfach sind Storys gesehen, oder? Und eigentlich nie so hangesessen, weil ich fand, oh, ich schreibe jetzt eine Joke. Set up, Punchline. Tag. Weisst du so. Und habe dann durch das auch sehr schnell können, so nach zwei, drei Jahren, wo dann eben irgendwie mal das, so ein bisschen wie auch für mich so ein Thema geworden ist, so habe ich dann gemerkt, aha, ich kann mir vornehmen, dass ich wirklich einfach nur Sachen aus meinem Leben eigentlich erzähle. Und mit nur heisst es natürlich nicht ausschliesslich, aber dass das so der Grundkern ist, oder? Und dann bin ich eigentlich auch ziemlich bulletproof. Man kann dir nichts vorwerfen. Weil, it's my story. Genau, genau, das ist genau das. I'm the only one who can tell it like it is, weisst du? Absolut. Und das ist auch genau das, wo ich jedes Mal, wenn irgendjemand findet, hey, ähm, Milan, es ist jetzt wieder langsam mal gut mit deinen, mit deinen Gay-Witzen und I'm gay und blablabla, das ist das finde ich wie so. Dude, nur weil ich jetzt quasi, wie ich das vier Jahre lang schon mache, ändert das nichts daran, dass ich tatsächlich ein Teil von dieser Queer-Community bin. Aber du könntest ja jetzt zum Beispiel finden, für zwei Jahre, du bist hetero. Zum Beispiel, ja. Ja, weil das wäre super authentisch. So. Was wie das? Ich finde jetzt auch gut, ist es jetzt langsam gut mit deinen, mit deinen Gay-Sachen. Eigentlich solltest du aber gar nicht gay sein. Ja, es ist wirklich auch langsam nervig und, hey, Hand aufs Herz, es ist einfach grusig. Solange es halt nur auf dem Herz ist. Wow, Joe. Crowd work. Aber nein, das ist ja genau das. Es ist wie, es ist Teil von meinem Leben und es ist, wenn ich über das Daten rede, dann muss ich, ich muss ja an einer, an einer Masse, also es klingt ja so wie im Hallenstadion würde auftreten, aber ich muss ja dem Publikum, wo ja einfach mal grundsätzlich Pi mal Daumen durchschnittlich hetero ist, weisst, und so irgendwie, da muss ich ja schon zuerst mal irgendwie sagen, hey, also schaut mal grundsätzlich bei Gay-Dating läuft es grundsätzlich so und so und so ab, also ich muss ja wie quasi zuerst mal ein bisschen erzählen und das erzählen nimmt ja dann auch wieder ein bisschen, also weisst, es ist wie, ich kann gar nicht über mein Leben erzählen, ohne dass ich erwähne, dass ich gay bin oder dass ich vom Balkan bin oder eben die Kombi, weisst, wie funktioniert die, wie sagen wir denn, Intersektion oder weisst, so einfach so beides noch so. Aber das Lustige ist, dass ja das eigentlich bei allen, einfach mit ihren Themen auch der Fall ist. Also weisst, ich muss ja auch in einem Solo bei mir, muss ich ja auch gewisse Informationen droppen, damit dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde später Sinn macht, warum ich dann in der Situation das sage, oder weisst, all das Zinsen, oder? Genau, aber die Sachen, die du droppen, sind immer so plus minus die gleichen. Kein Ahnung, Beispiel, ich bin in Basel, ich habe blondierte Haare. Nein. Also blöd gesagt, weisst du, sind jetzt blöde Beispiele. Ja, aber das ist natürlich, weisst du, es klingt jetzt so blöd, aber in der Comedy sagt man ja eigentlich immer, Vorteile im Leben sind Nachteile auf der Bühne und Nachteile im Leben sind Vorteile auf der Bühne, oder? Und jetzt habe ich ein wahnsinnig privilegiertes Leben als Schweizer, hetero, männlich, äh, sage noch alle Schlagwörter, die es gibt. Äh. Regiert. Absolut. Darum sage ich ja. Nein, aber ich habe im Leben sehr viele Privilegien. So, das erlaubt es mir jetzt aber auf der Bühne, nicht wirklich mit denen zu arbeiten. Mhm. Es kommt nicht viel raus, weisst du, wie ich meine? Ja. Und, äh, und darum muss ich dann halt dort so ein bisschen andere Sachen finden, oder? Aber logischerweise, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt irgendetwas hätte, wo anders wäre, als die Sachen, die ich dir jetzt gerade gesagt habe, natürlich wäre das dann mein, war das dann mein erstes Thema, das ich auf der Bühne würde machen, oder? Das heisst, äh, das heisst, äh, das ist, äh, wie so oft, das waren eigentlich Äpfel mit Beeren vergleichen, so. Aber ich verstand im Grundkern, dass man halt, eben, was immer es ist, dass man das soll sagen, damit dann nachher auch verstanden wird, was das bedeutet, oder? Hey, und am Ende des Tages, eben, du erzählst von deinem Leben, du erzählst von deinen Beobachtungen, Beobachtungen, äh, du setztest die Quintessenz von, von Beobachtungen XY quasi zusammen mit, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich ja wieder sagen, eigentlich, ähm, ja, vielleicht kommt es da noch. Scheisse, hä? Comedy, yeah, wuuu! Heißt du was, endlich, es ist, es ist die Labe, die Labe auf Bühne. Und dann wird es ja auch, das ist ja das, wo man gesagt hat, dann kommt auch die Essenz einer Person führen, dann wird es auch authentisch, weil Stand-Up ist halt wirklich genau das, wo meiner Meinung nach besser funktioniert, wenn du ein Lied schreibst, kannst du ein Lied über eine dritte Person schreiben, wo eine andere dritte Person trifft, also du kannst wirklich eine Outside-Story erzählen, oder? Im Stand-Up kannst du das schon ein bisschen weniger, weil, weil bei einem Lied kann das ja dann von A bis Z Fantasie sein. Weil es ja je nachdem auch nicht unbedingt von dir gesungen wird, sondern von irgendjemandem völlig anders, das ist dann wie so. Und im Stand-Up, dort müsste man schon halt eben grundsätzlich auf das aufbauen, und dann ist das sein Ding, aber so wie Stand-Up, wie ich es jetzt von mir kenne und beschreibe, sage ich jetzt mal, ist es dann viel mehr die Essenz irgendwie rauszubringen, oder? Eigentlich, äh, der Stilat von dir ist eigentlich das Ziel, so. Ja, das ist sehr schön gesagt, der Stilat. Ja, das schreibe ich mir auf, habe ich auch noch nie so gesagt. So, ähm, wie macht man das jetzt mit der Tränensäge? Hey, schau, es gibt einen roten Concealer, und dann einen Concealer in deinem Hautton. Aha. Dann tust du zuerst auf die blauen, also siehst du, ich habe sie so ein bisschen abgedeckt, aber heute bin, ich bin ja leicht verkatert, muss ich ja sagen von gestern. Dann tust du hier quasi zuerst den roten Concealer drauf, weil der kämpft gegen deine violette, also weisst du, das ist so der Kontrast zum violettblauen quasi, und dann tust du erst die Farbe deiner Hautfarbe, oder du tust wie so zwei Concealer, die drauf tust. Weisst du, du musst zuerst quasi wie die Stärke von diesen blauen, dunkel-violetten Augen quasi rausnehmen. Das gleiche machst du auch, wenn du so, kennst du die Leute, wo, wenn sie einmal so anlängst, bekommen sie gerade so einen roten Fleck, oder so Leute, die so rot im Gesicht sind. Die müssen so einen grünen Concealer nehmen, das ist quasi wie ein Kontrast-Dingsel. Bist du einer von denen? Schau mal, achten, siehst du, ich habe, das habe ich von meiner Mutter geerbt. Ist das ein Storchenbiss, oder sag mal so? Sie nennt es, wie heisst es, Führmohl oder so? Nein, Führmohl ist, wenn es wie so, wenn es wie, fix hast. Aber das ist bei mir eigentlich auch fix. Nein, aber Führmohl ist wie so, wie so ein Muttermohl, wo aber zum Beispiel, es hat einer, der bei mir in der Schule steht, hat das über das halbe Gesicht gehabt, zum Beispiel. Aha, okay. Also wirklich so, wie so eine Leberflecke, aber mega gross. Okay, nein, ich habe, das ist nicht Führmohl, meine Mutter nennt es, glaube ich, oft so. Ich habe, da bin ich immer rot. Immer. Früher habe ich oft so V-neck-Shirts angehauen, super dumm, weil ich bin oft immer rot gewesen da, und die Leute haben immer gefragt, hast du die verbrennt, hast du die verbrennt? Im Sommer auch. Ich habe, ich habe einfach oben oben am Reis ein, und da ist es oft immer rot so, oder? Ja. Und weil ich eben die V-neck-Shirts angehauen, für Fernsehaufnahmen und so, sind sie dann immer gekommen, mit so grünem Puder und so Shit. Ach krass, siehst du jetzt, ja, ja. Und das gleiche machst du eben, wenn andere Farben im Gesicht hast. Aber jetzt kommt der Punkt, ich bin eigentlich nie blau. Du bist einfach puffy. Ich habe auch einen Tränensäck. Ja. Ich habe einen Tränensäck, und die kultiviere ich auch. Ich finde, die müssen einfach da sein. Sonst bist nicht ich. Die Leute haben es schon weg geschminkt, und ich sehe aus wie ein Geist. Ah schon? Ja. Ich sehe super weird aus. Nein, ich habe schon auch so ein paar kosmetische Sachen ausprobiert. Ich werde mich jetzt hier gerade outen. Äh. Endlich. Hey. Weisst du was ich meine? Ferien in Belgrad. Ich bin hetero, Mami und Papi. Ferien in Belgrad? Nein, eben. Ferien in Belgrad. Da lande ich früher oder später bei irgendeinem Kosmetician. Und da bietet er dann das eine oder andere an. Äh. Ja. Ja. Aber ich kann alles bewegen, wie ihr seht. Bevor er da falsche Schlüsse aus dem zieht. Und sonst hat es, glaube ich, hier in diesem Gebäude noch zwei, drei. Ja, ich habe es gesehen. Zwei, drei Möglichkeiten. Genau. Aber ich finde. Für Daugering, für Daugering hat es so halbwegs geklappt. Ich sehe sie ja. Ich habe sie immer noch. Aber es ist jetzt im Fall einfach, es gehört jetzt einfach zu dem sogenannten Heroin-Chic. Ah, ist das der Look jetzt? So ein wenig Twiggy, Kate Moss mässig. Das ist jetzt einfach so. Ich habe, wie aufgeh dran zu schaffen, bereit zu werden. Ich habe aufgeh dran zu schaffen, irgendwie nicht mehr so bleich wie eine Wand zu sein. Es ist jetzt einfach, it is what it is. Mann, ich bin, ich bin 33. Ich muss jetzt wie zufrieden einfach sein, was ich habe. Das ist deine Essence. Und das ist meine Essenz von diesem wunderbaren Tag hier. Ja. Aber ich finde, du siehst sehr gut aus. Hey, gleichfalls. Danke. Wirklich. Und danke, bist du da wieder einmal. Hey. Merci für die Einladung. Guter Ritt, den wir hier angekriegt haben. Finde ich auch. Finde ich auch, ja. All the best. Kommst du mal wieder vorbei? Ich komme wieder mal vorbei. Sehr gerne. Definitiv. Vielleicht auch mal in den Stuben. Hey, hey, hey. Hey. Nein, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gut. Und ich weiss sogar, wenn. Können wir nachher besprechen. Tun wir nachher. Bilateral klären. Weiterhin viel Erfolg. Alles Liebe. Danke vielmals. Mach irgendwann ein Soloprogramm. Bin dran. Bin dran. Bin dran. Danke Christoph. Gerne. Bis bald. 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 Bis bald.